Das zweite Buch der Könige Kapitel 1 Als aber Ahab tot war, wurden die Moabiter von Israel abtrünnig. Und Ahasja fiel in seinem Obergemach in Samaria durch das Gitter und wurde krank. Und er sandte Boten und sprach zu ihnen, Geht hin und befragt Baal-Sebub, den Gott von Ekron, ob ich von dieser Krankheit genesen werde. Aber der Engel des Herrn sprach zu Elia, dem Tisbiter, Mache dich auf und geh den Boten des Königs von Samaria entgegen Und sprich zu ihnen, gibt es denn keinen Gott in Israel, Daß ihr hingeht, um Baal-Sebub, den Gott von Ekron, zu befragen? Und darum spricht der Herr, Du sollst von dem Bett, auf das du dich gelegt hast, nicht herunterkommen, Sondern du wirst gewißlich sterben. Und Elia ging. Die Boten aber kehrten wieder zu dem König zurück. Da fragte er sie, warum kommt ihr wieder? Sie sprachen zu ihm, Ein Mann kam herauf uns entgegen, der sprach zu uns, Kehrt wieder zurück zu dem König, der euch gesandt hat, Und sagt zu ihm, so spricht der Herr. Gibt es denn keinen Gott in Israel, Daß du hinsendest, um Baal-Sebub, den Gott von Ekron, zu befragen? Darum sollst du von dem Bett, auf das du dich gelegt hast, Nicht herunterkommen, sondern du wirst gewißlich sterben. Da sprach er zu ihnen, Wie sah der Mann aus, der euch begegnete, und dies zu euch sagte? Sie sprachen zu ihm, Der Mann trug einen Mantel aus Ziegenhaaren Und einen ledernen Gürtel um seine Länden. Er aber sprach, Es ist Elia, der Tisbiter. Und er sandte einen Hauptmann über fünfzig zu ihm, Mit seinen fünfzig Leuten. Als der zu ihm hinaufkam, siehe, da saß er oben auf dem Berg. Er aber sprach zu ihm, Du Mann Gottes, der König sagt, du sollst herabkommen. Aber Elia antwortete dem Hauptmann über fünfzig Und sprach zu ihm, Wenn ich ein Mann Gottes bin, So soll Feuer vom Himmel fallen Und dich und deine fünfzig verzehren. Da fiel Feuer vom Himmel Und verzehrte ihn und seine fünfzig. Und er sandte nochmals einen anderen Hauptmann über fünfzig zu ihm, Mit seinen fünfzig, Der redete und sprach zu ihm, Du Mann Gottes, so spricht der König, Komm rasch herab. Aber Elia antwortete und sprach zu ihm, Wenn ich ein Mann Gottes bin, So soll Feuer vom Himmel fallen Und dich und deine fünfzig verzehren. Da fiel das Feuer Gottes vom Himmel Und verzehrte ihn und seine fünfzig. Da sandte er noch einen dritten Hauptmann über fünfzig, Mit seinen fünfzig. Als nun dieser dritte Hauptmann über fünfzig zu ihm hinaufkam, Beugte er seine Knie vor Elia Und bat ihn und sprach zu ihm, Du Mann Gottes, Lass doch mein Leben und das Leben deiner Knechte, Dieser fünfzig, Etwas vor dir gelten. Siehe, das Feuer ist vom Himmel gefallen Und hat die ersten zwei Hauptleute über fünfzig, Samt ihren fünfzig, vertilgt. Nun aber lass mein Leben etwas vor dir gelten. Da sprach der Engel des Herrn zu Elia, Geh mit ihm hinab und fürchte dich nicht vor ihm. Und er machte sich auf und ging mit ihm hinab zum König. Und er sprach zu ihm, So spricht der Herr, Weil du Boten hingesandt hast, Um Baal-Sebub, den König von Ekron, Befragen zu lassen, Als gäbe es keinen Gott in Israel, Dessen Wortmann befragen könnte, Deshalb sollst du von dem Bett, Auf das du dich gelegt hast, Nicht herunterkommen, Sondern du wirst gewißlich sterben. So starb er, Nach dem Wort des Herrn, Das Elia geredet hatte. Und Joram wurde König an seiner Stelle, Im zweiten Jahr Jorams, Des Sohnes Josaphats, Des Königs von Judah, Denn er hatte keinen Sohn. Was aber mehr von Ahasja zu sagen ist, Was er getan hat, Ist das nicht aufgezeichnet, Im Buch der Chronik der Könige von Israel? Kapitel 2 Und es geschah, Als der Herr den Elia im Sturmwind Zum Himmel auffahren lassen wollte, Da ging Elia mit Elisa von Gilgal hinweg. Und Elia sprach zu Elisa, Bleibe doch hier, Der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach, So wahr der Herr lebt, Und so wahr deine Seele lebt, Ich verlasse dich nicht. So kamen sie hinab nach Bethel. Da gingen die Propheten Söhne, Die in Bethel waren, Zu Elisa heraus und sprachen zu ihm, Weißt du auch, Daß der Herr deinen Herrn Heute über deinem Haupt hinwegnehmen wird? Er aber sprach, Ich weiß es auch, Schweigt nur still. Und Elia sprach zu ihm, Elisa, bleibe doch hier, Denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sprach, So wahr der Herr lebt, Und so wahr deine Seele lebt, Ich verlasse dich nicht. So kamen sie nach Jericho. Da traten die Propheten Söhne, Die in Jericho waren, Zu Elisa und sprachen zu ihm, Weißt du auch, Daß der Herr deinen Herrn Heute über deinem Haupt hinwegnehmen wird? Er aber sprach, Ich weiß es auch, Schweigt nur still. Und Elia sprach zu ihm, Bleibe doch hier, Denn der Herr hat mich An den Jordan gesandt. Er aber sprach, So wahr der Herr lebt, Und so wahr deine Seele lebt, Ich verlasse dich nicht. Und so gingen sie beide miteinander. Und fünfzig Mann von den Propheten Söhnen Gingen hin Und stellten sich ihnen gegenüber In einiger Entfernung auf, Während diese beiden am Jordan standen. Da nahm Elia seinen Mantel Und wickelte ihn zusammen Und schlug damit das Wasser, Das teilte sich nach beiden Seiten, So daß sie beide Auf dem Trockenen hindurch gingen. Und es geschah, Als sie hinübergegangen waren, Da sprach Elia zu Elisa, Erbitte, was ich dir tun soll, Ehe ich von dir genommen werde. Und Elisa sprach, Möchte mir doch ein zweifacher Anteil An deinem Geist gegeben werden. Er sprach, Du hast etwas Schweres erbeten. Wirst du mich sehen, Wenn ich von dir hinweg genommen werde, So wird es dir zuteil werden. Wenn aber nicht, So wird es nicht geschehen. Und es geschah, Während sie noch miteinander gingen Und redeten, Siehe, da kam ein feuriger Wagen Mit feurigen Pferden Und trennte beide voneinander. Und Elia fuhr im Sturmwind auf Zum Himmel. Elisa aber sah ihn und rief, Mein Vater, Mein Vater, Der Wagen Israels Und seine Reiter. Und als er ihn nicht mehr sah, Nahm er seine Kleider Und zerriß sie in zwei Stücke. Und er hob den Mantel des Elia auf, Der von diesem herabgefallen war, Und kehrte um Und trat an das Ufer des Jordan. Und er nahm den Mantel des Elia, Der von ihm herabgefallen war, Und schlug damit das Wasser Und sprach, Wo ist der Herr, Der Gott des Elia? Und als er so das Wasser schlug, Teilte es sich nach beiden Seiten, Und Elisa ging hindurch. Als aber die Propheten Söhne, Die bei Jericho ihm gegenüberstanden, Das sahen, sprachen sie, Der Geist des Elia ruht auf Elisa. Und sie gingen ihm entgegen Und verneigten sich vor ihm zur Erde. Und sie sprachen zu ihm, Siehe doch, Es sind unter deinen Knechten Fünfzig tüchtige Männer, Lass diese gehen Und deinen Herrn suchen. Vielleicht hat ihn der Geist des Herrn Genommen und auf irgendeinen Berg Oder in irgendein Tal geworfen. Er aber sprach, Sendet sie nicht. Aber sie drangen in ihn, Bis er ganz verlegen wurde, Und sprach, So sendet sie. Da sandten sie fünfzig Männer, Die suchten ihn drei Tage lang, Aber sie fanden ihn nicht. Und als sie wieder zu ihm zurückkehrten, Als er noch in Jericho war, Sprach er zu ihnen, Habe ich euch nicht gesagt, Ihr solltet nicht hingehen? Und die Männer der Stadt Sprachen zu Elisa, Siehe doch, In dieser Stadt ist gut wohl, Wie mein Herr sieht aber, Das Wasser ist schlecht, Und das Land ist unfruchtbar. Da sprach er, Bringt mir eine neue Schale Und tut Salz hinein. Und sie brachten es ihm. Da ging er hinaus zu der Wasserquelle Und warf das Salz hinein Und sprach, So spricht der Herr, Ich habe dieses Wasser gesund gemacht, Es soll fortan weder Tod Noch Unfruchtbarkeit daraus kommen. So wurde das Wasser gesund bis zu diesem Tag, Nach dem Wort, Das Elisa geredet hatte. Und er ging von dort hinauf nach Bethel. Als er nun den Weg hinauf ging, Kamen kleine Knaben zur Stadt hinaus, Die verspotteten ihn und riefen ihm zu, »Kahlkopf, komm herauf, Kahlkopf, komm herauf!« Da wandte er sich um, Und als er sie sah, Fluchte er ihnen im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bären aus dem Wald Und zerrissen Zweiundvierzig Kinder. Und er ging von da auf den Berg Karmel Und kehrte von dort wieder nach Samaria zurück. Kapitel 3 Und Joram, der Sohn Ahabs, Wurde König über Israel in Samaria, Im achtzehnten Jahr Josaphats des Königs von Judah, Und er regierte zwölf Jahre lang. Und er tat, was böse war In den Augen des Herrn, Doch nicht wie sein Vater und seine Mutter, Denn er beseitigte den Gedenkstein des Baal, Den sein Vater gemacht hatte. Aber er hielt fest an den Sünden, Zu denen Jerobeam, Der Sohn Nebats, Israel, verführt hatte, Und ließ nicht davon. Mesa aber, der König der Moabiter, War ein Schafzüchter Und entrichtete dem König von Israel Einhunderttausend Lämmer Und einhunderttausend Widder, Samt der Wolle als Abgabe. Und es geschah, als Ahab tot war, Da fiel der König der Moabiter Von dem König von Israel ab. Zu jener Zeit Zog der König Joram von Samaria aus Und musterte ganz Israel. Und er ging hin Und sandte zu Josaphat, Dem König von Judah, Und ließ ihm sagen, Der König der Moabiter Ist von mir abgefallen. Willst du mit mir kommen, Um gegen die Moabiter In den Kampf zu ziehen? Und er sprach, Ich will hinaufkommen. Ich will sein wie du. Mein Volk soll sein wie dein Volk, Und meine Pferde wie deine Pferde. Und er sprach, Auf welchem Weg Wollen wir hinaufziehen? Er antwortete, Auf dem Weg durch die Wüste Edom. Da zogen der König von Israel, Der König von Judah Und der König von Edom aus. Als sie aber einen Umweg Von sieben Tagereisen Zurückgelegt hatten, Da hatte das Heer Und das Vieh, Das ihnen folgte, Kein Wasser mehr. Da sprach der König von Israel, Ach, der Herr hat diese drei Könige Gerufen, um sie in die Hand Der Moabiter zu geben. Josaphat aber sprach, Ist kein Prophet des Herrn hier, Daß wir durch ihn Den Herrn um Rat fragen könnten? Da antwortete einer Von den Knechten des Königs Von Israel und sprach, Hier ist Elisa, Der Sohn Safatz, Der dem Elia Wasser Auf die Hände goß. Und Josaphat sprach, Das Wort des Herrn ist bei ihm. So zogen der König von Israel Und Josaphat Und der König von Edom Zu ihm hinab. Elisa aber sprach Zum König von Israel, Was habe ich mit dir zu tun? Geh hin zu den Propheten Deines Vaters Und zu den Propheten Deiner Mutter. Der König von Israel Aber sprach zu ihm, Nein, Denn der Herr Hat diese drei Könige gerufen, Um sie in die Hand Der Moabiter zu geben. Elisa sprach, So war der Herr, Der Herrschern lebt, Vor dessen Angesicht ich stehe. Wenn ich nicht auf Josaphat, Den König von Judah, Rücksicht nähme, Ich wollte dich nicht ansehen Noch beachten. So bringt mir nun Einen Seitenspieler. Und als der Seitenspieler Die Seiten schlug, Kam die Hand des Herrn über ihn. Und er sprach, So spricht der Herr, Macht in diesem Tal Grube an Grube. Denn so spricht der Herr, Ihr werdet keinen Wind Noch Regen sehen, Dennoch soll dieses Tal Voll Wasser werden, So daß ihr zu trinken habt, Ihr und auch euer Kleines und großes Vieh. Und das ist noch Ein Geringes vor dem Herrn. Er wird auch Die Moabiter In eure Hand geben, So daß ihr Alle festen Städte Und alle außerlesenen Städte Schlagen werdet. Und ihr werdet Alle guten Bäume fällen Und alle Wasserquellen Verstopfen Und alle guten Äcker Mit Steinen verderben. Und es geschah am Morgen Zur Zeit der Darbringung Des Speisopfers, Siehe, da kam Wasser Den Weg von Edom her, Und das Land Wurde voll Wasser. Als aber ganz Moab Hörte, Daß die Könige Heraufgezogen waren, Um gegen sie zu kämpfen, Da wurden alle aufgeboten, Die alt genug waren, Um das Schwert Umzugürten, Und sie besetzten Die Grenze. Und als sie sich Am Morgen früh Aufmachten Und die Sonne Über dem Wasser Aufging, Da erschien den Moabitern Das Wasser drüben Rot wie Blut. Und sie sprachen, Es ist Blut. Die Könige Haben sich gewiß Gegenseitig aufgerieben Und einander erschlagen. Und nun, Moab, Mache dich auf Zur Plünderung. Als sie aber Zum Lager Israels kamen, Da machten sich Die Israeliten auf Und schlugen Die Moabiter, Daß sie vor ihnen flohen. Jene aber drangen Ins Land ein Und schlugen Moab. Und sie rissen Die Städte nieder, Und warfen jeder Seinen Stein Auf alle guten Äcker, Bis sie voll waren, Und verstopften Alle Wasserquellen Und fällten Alle guten Bäume, Bis nur noch Kir Hareset Mit seiner Steinmauer Übrig blieb. Und die Schleuderer Umzingelten Und beschossen es. Als aber Der König Der Moabiter sah, Daß ihm der Kampf Zu stark wurde, Nahm er siebenhundert Mann mit sich, Die das Schwert zogen, Um gegen den König Von Edom durchzubrechen, Aber sie konnten es nicht. Da nahm er Seinen erstgeborenen Sohn, Der an seiner Stelle König werden sollte, Und opferte ihn Als Brandopfer Auf der Mauer. Und es kam Ein großer Zorn Über Israel, So daß sie von ihm Abzogen Und wieder in ihr Land Zurückkehrten. Kapitel 4 Und eine Frau Er sprach mit Öl. Er sprach, Geh hin und erbitte dir Draußen Gefäße Von allen deinen Nachbarinnen, Leere Gefäße Und nimm nicht wenige, Und geh hinein Und schließe die Tür Hinter dir Und deinen Söhnen zu, Und gieße Öl In alle diese Gefäße, Und was voll ist, Trage weg. Und sie ging von ihm weg Und schloß die Tür Hinter sich Und ihren Söhnen zu, Die brachten ihr die Gefäße, Und sie goß ein. Und es geschah, Als die Gefäße voll waren, Da sprach sie zu ihrem Sohn, Reiche mir noch ein Gefäß her. Er sprach zu ihr, Es ist kein Gefäß mehr hier. Da versiegte das Öl. Und sie kam Und erzählte es dem Mann Gottes, Und er sprach, Geh hin, verkaufe das Öl Und bezahle deine Schuld. Du aber und deine Söhne, Ihr könnt von dem Übrigen leben. Und es geschah eines Tages, Bis das Elisa nach Schunem ging. Dort wohnte eine vornehme Frau, Und die nötigte ihn, Bei ihr zu essen. So oft er nun vorbeikam, Kehrte er dort ein, Um zu essen. Und sie sprach zu ihrem Mann, Siehe doch, Ich erkenne, Daß dies ein heiliger Mann Gottes ist, Der immer bei uns vorbeikommt. Lass uns doch ein kleines, Gemauertes Obergemach errichten, Und für ihn ein Bett, So wie Tisch, Stuhl und Leuchter hineinstellen, Damit er dort einkehren kann, Wenn er zu uns kommt. Es geschah nun eines Tages, Daß er dort hinkam, Und er kehrte in das Obergemach ein, Und legte sich darin hin. Und er sprach zu seinem Burschen Gehasi, Rufe diese Schunamitin. Da rief er sie, Und sie trat vor ihn hin. Und er sprach zu ihm, Sage ihr doch, Siehe, Du hast unsertwegen so viel Sorge gehabt, Was kann ich für dich tun? Hast du etwas, Weswegen ich mit dem König Oder mit dem Heerführer Für dich reden sollte? Sie sprach, Ich wohne ja mitten unter meinem Volk. Er sprach, Was könnte man für sie tun? Gehasi sprach, Ach, sie hat keinen Sohn, Und ihr Mann ist alt. Da sagte er, Rufe sie. Und als er sie rief, Trat sie unter die Tür. Und er sprach, Um dieselbe Zeit übers Jahr Wirst du einen Sohn ans Herz drücken. Sie sprach, Ach nein, Mein Herr, Du Mann Gottes, Belüge deine Magd nicht. Aber die Frau wurde schwanger Und gebar einen Sohn, Um dieselbe Zeit im nächsten Jahr, So wie Elisa ihr verheißen hatte. Als aber der Knabe heranwuchs, Geschah es eines Tages, Daß er zu seinem Vater Zu den Schnittern hinausging. Da sprach er zu seinem Vater, Mein Kopf, Mein Kopf! Jener aber befahl einem Knecht, Trage ihn zu seiner Mutter. Der hob ihn auf Und brachte ihn zu seiner Mutter. Und er saß auf ihrem Schoß Bis zum Mittag. Dann starb er. Da ging sie hinauf Und legte ihn auf das Bett Des Mannes Gottes, Schloss hinter ihm zu Und ging hinaus. Und sie rief ihren Mann Und sprach, Sende mir doch einen von den Knechten Und eine Eselin, Ich will schnell zu dem Mann Gottes gehen, Aber bald wiederkommen. Er sprach, Warum gehst du heute zu ihm? Es ist doch weder Neumond Noch Sabbat. Sie sprach, Lebe wohl! Und sie sattelte die Eselin Und sprach zu ihrem Knecht, Treibe das Tier immerzu an Und halte mich nicht auf Beim Reiten, Es sei denn, Daß ich es sage. So ging sie denn Und kam zu dem Mann Gottes Auf den Berg Karmel. Als aber der Mann Gottes Sie aus einiger Entfernung sah, Sprach er zu seinem Diener Gehasi, Sieh dort, Die Schunamitin! Nun laufe ihr doch entgegen Und sprich zu ihr, Geht es dir gut? Geht es deinem Mann gut? Geht es dem Kind gut? Sie sprach, Jawohl! Als sie aber zu dem Mann Gottes Auf den Berg kam, Umfaßte sie seine Füße, Da trat Gehasi herzu, Um sie wegzustoßen, Aber der Mann Gottes sprach, Lass sie, Denn ihre Seele ist betrübt, Und der Herr hat es mir verborgen Und es mich nicht wissen lassen. Sie aber sprach, Habe ich denn von meinem Herrn Einen Sohn erbeten? Sagte ich nicht, Du solltest mich nicht täuschen? Da sprach er zu Gehasi, Gürte deine Lenden Und nimm meinen Stab In deine Hand Und geh hin. Wenn dir jemand begegnet, So grüße ihn nicht, Und grüß dich jemand, So antworte ihm nicht, Und lege meinen Stab Auf das Angesicht des Knaben. Aber die Mutter des Knaben sprach, So wahr der Herr lebt Und so wahr deine Seele lebt, Ich lasse nicht von dir. Da machte er sich auf Und folgte ihr. Gehasi aber ging vor ihnen hin Und legte dem Knaben Den Stab auf das Angesicht, Aber da war keine Stimme Und kein Aufmerken. Und er kehrte um, Ihm entgegen Und berichtete es ihm Und sprach, Der Knabe ist nicht aufgewacht. Als nun Elisa In das Haus kam, Siehe, da lag der Knabe Tot auf seinem Bett. Und er ging hinein Und schloß die Tür Hinter ihnen beiden zu Und betete zu dem Herrn. Dann stieg er hinauf Und legte sich auf das Kind, Und er legte seinen Mund Auf den Mund des Kindes Und seine Augen Auf dessen Augen Und seine Hände Auf dessen Hände Und breitete sich so über es, Daß der Leib des Kindes Warm wurde. Danach stand er auf Und ging im Haus Einmal hierhin, Einmal dorthin, Dann stieg er wieder hinauf Und breitete sich über ihn, Da nieste der Knabe Siebenmal, Danach tat der Knabe Die Augen auf. Und er rief Gehasi Und sprach, Rufe die Schunamitin. Da rief er sie, Und als sie zu ihm hereinkam, Sprach er, Da nimm deinen Sohn. Und sie kam Und fiel nieder Zu seinen Füßen Und neigte sich zur Erde Und sie nahm ihren Sohn Und ging hinaus. Elisa aber kam Wieder nach Gilgal. Und es war eine Hungersnot Im Land. Und die Prophetensöhne Saßen vor ihm Und er sprach Zu seinem Burschen, Setze den großen Topf auf Und koche ein Gericht Für die Prophetensöhne. Da ging einer Aufs Feld hinaus, Um Kräuter zu sammeln, Und er fand Ein wildes Rankengewächs Und sammelte davon Sein Gewand voll Wilde Gurken. Und als er heimkam, Zerschnitt er sie In den Gemüsetopf, Denn sie kannten sie nicht. Als man es aber Den Männern Zum Essen vorsetzte Und sie von dem Gemüse aßen, Schrien sie und sprachen, Der Tod ist im Topf, Mann Gottes. Und sie konnten es Nicht essen. Er aber sprach, So holt Mehl herbei. Und er warf es In den Topf und sprach, Setze es den Leuten vor, Daß sie essen. Da war nichts Schlimmes Mehr im Topf. Aber ein Mann von Baal-Schalisha kam Und brachte dem Mann Gottes Erstlingsbrote, Zwanzig Gerstenbrote Und Jungkorn In seinem Sack. Er aber sprach, Gibt es den Leuten, Daß sie essen. Und sein Diener sprach, Wie kann ich das Einhundert Männern vorsetzen? Er aber sprach, Gibt es den Leuten, Daß sie essen, Denn so spricht der Herr, Man wird essen Und es wird übrig bleiben. Und er legte es ihnen vor, Und sie aßen, Und es blieb noch übrig, Nach dem Wort des Herrn. Kapitel 5 Naeman, Der Heerführer des Königs von Aram, War ein hoch angesehener Mann Vor seinem Herrn Und geschätzt, Denn durch ihn Gab der Herr Den Aramäern Sieg. Aber dieser gewaltige, Tapfere Mann War aussätzig. Und die Aramäer waren In Streifscharen ausgezogen Und hatten ein kleines Mädchen Aus dem Land Israel entführt, Das nun im Dienst Von Naemans Frau war. Und sie sprach Zu ihrer Herrin, Ach, Daß mein Herr Bei dem Propheten Von Samaria wäre, Der würde ihn Von seinem Aussatz Befreien. Da ging Naeman hinein Zu seinem Herrn Und sagte es ihm Und sprach, So und so Hat das Mädchen Aus dem Land Israel Geredet. Da sprach Der König von Aram, Geh, ziehe hin Und ich will dem König von Israel Einen Brief schicken. Da ging er hin Und nahm Zehn Talente Silber Und sechstausend Goldstücke Und zehn Festgewänder Mit sich. Und er brachte Dem König von Israel Den Brief, Darin stand, Und nun, Wenn dieser Brief Zu dir kommt, So siehe, Ich habe meinen Knecht Naeman Zu dir gesandt, Damit du ihn Von seinem Aussatz Befreist. Und es geschah, Als der König Von Israel Den Brief Gelesen hatte, Zerriß er seine Kleider und sprach, Bin ich denn Gott, So, daß ich töten Und lebendig machen Könnte, Daß dieser von mir Verlangt, Ich solle einen Mann Von seinem Aussatz Befreien? Da erkennt ihr doch Und seht, Daß er einen Anlaß Zum Streit Mit mir sucht. Und es geschah, Als Elisa, Der Mann Gottes, Hörte, Daß der König Von Israel Seine Kleider Zerrissen habe, Da sandte er zum König Und ließ ihm sagen, Warum hast du Deine Kleider zerrissen? Er soll zu mir kommen, Dann wird er erkennen, Daß es einen Propheten In Israel gibt. So kam Naeman Mit seinen Pferden Und mit seinen Wagen Und hielt vor der Tür Des Hauses Elisas. Da sandte Elisa Einen Boten zu ihm Und ließ ihm sagen, Geh hin und wasche dich Siebenmal im Jordan, So wird dir dein Fleisch Wiederhergestellt Und du wirst rein werden. Da wurde Naeman zornig, Ging weg und sprach, Siehe, Ich dachte, Er werde zu mir Herauskommen Und hinzutreten Und den Namen Des Herrn Seines Gottes anrufen Und mit seiner Hand Über die Stelle fahren Und so den Aussätzigen Befreien. Sind nicht die Flüsse Abana und Parpa In Damaskus Besser als alle Wasser In Israel? Kann ich mich nicht Darin waschen Und rein werden? Und er wandte sich ab Und ging zornig davon. Da traten seine Knechte Zu ihm, Redeten mit ihm Und sprachen, Mein Vater, Wenn dir der Prophet Etwas Großes Befohlen hätte, Würdest du es nicht tun? Wie viel mehr denn, Da er zu dir gesagt hat, Wasche dich, So wirst du rein. Da stieg er hinab Und tauchte sich Siebenmal im Jordan unter, Nach dem Wort Des Mannes Gottes. Und sein Fleisch Wurde wieder Wie das Fleisch Eines jungen Knaben, Und er wurde rein. Und er kehrte wieder Zu dem Mann Gottes zurück, Er und sein ganzes Gefolge. Und er ging hinein, Trat vor ihn und sprach, Siehe, nun weiß ich, Daß es keinen Gott Auf der ganzen Erde gibt, Außer in Israel. Und nun nimm doch Ein Geschenk an Von deinem Knecht. Er aber sprach, So wahr der Herr lebt, Vor dessen Angesicht ich stehe, Ich nehme nichts. Da nötigte er ihn, Es zu nehmen, Aber er weigerte sich. Da sprach Naiman, Könnte deinem Knecht Nicht eine doppelte Maultierlast Erde Gegeben werden? Denn dein Knecht Will nicht mehr Anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer Darbringen, Sondern nur dem Herrn. Nur darin wolle Der Herr Deinem Knecht vergeben, Wenn mein Herr In das Haus des Rimmon geht, Um sich dort niederzubeugen, Denn er stützt sich Auf meinen Arm, Und auch ich beuge Mich nieder In dem Haus des Rimmon. Ja, wenn ich mich Niederbeuge im Haus des Rimmon, So wolle der Herr Deinem Knecht In dieser Sache vergeben. Und Elisa Antwortete ihm, Geh hin in Frieden. Und er zog Eine Wegstrecke Von ihm fort. Da dachte Gehasi, Der Diener Elisas, Des Mannes Gottes, Siehe, mein Herr Hat Naeman Diesen Aramäer geschont, Indem er nichts von ihm Genommen hat, Was er mitbrachte. So war der Herr lebt, Ich will ihm nachlaufen Und etwas von ihm nehmen. So jagte Gehasi Dem Naeman nach. Und als Naeman Sah, Daß er ihm nachlief, Sprang er vom Streitwagen Ihm entgegen Und sprach, Geht es dir gut? Und er sprach, Ja, Mein Herr hat mich gesandt, Um dir zu sagen, Siehe, Eben jetzt Sind zwei junge Männer Von den Propheten Söhnen aus dem Bergland Ephraim zu mir gekommen, Gib ihnen doch ein Talent Silber Und zwei Festgewänder. Und Naeman sprach, Tu mir den Gefallen Und nimm zwei Talente. Und er nötigte ihn Und band zwei Talente Silber In zwei Beutel Und zwei Festgewänder Und gab es zwei seiner Burschen, Die trugen es vor ihm her. Und als er auf den Hügel Kam, Nahm er es von ihrer Hand Und legte es in das Haus Und ließ die Männer gehen. Und sie gingen. Er aber ging hinein Und trat vor seinen Herrn. Da sprach Elisa zu ihm, Woher geharr sie? Er sprach, Dein Knecht ist weder hierhin Noch dorthin gegangen. Er aber sprach zu ihm, Ging mein Herz nicht mit, Als der Mann von seinem Wagen Umkehrte dir entgegen. War es auch an der Zeit, Silber zu nehmen Und Kleider Oder Ölbäume, Weinberge, Schafe, Rinder, Knechte und Mägde? So soll nun der Aussatz Naemans an dir haften Und an deinem Samen Ewiglich. Da ging er von ihm hinaus Aussetzig wie Schnee. Kapitel 6 Und die Prophetensöhne Sprachen zu Elisa, Sieh doch, Der Ort, wo wir vor dir wohnen, Ist uns zu eng. Wir wollen doch An den Jordan gehen Und dort jeder Einen Balken holen, Damit wir uns dort Eine Niederlassung bauen. Und er sprach, Geht hin. Es sprach aber einer, Tu uns doch den Gefallen Und komm mit deinen Knechten. Und er sprach, Ich will mitkommen. Und er ging mit ihnen. Als sie nun an den Jordan kamen, Schnitten sie Holz. Und es geschah, Als einer einen Stamm fällte, Da fiel das Eisen ins Wasser. Da schrie er und sprach, O weh, mein Herr, Und es ist noch dazu entliehen. Aber der Mann Gottes sprach, Wohin ist es gefallen? Und als er ihm die Stelle zeigte, Schnitte er ein Holz ab Und warf es dort hinein. Da brachte er das Eisen Zum Schwimmen. Und er sprach, Hole es dir heraus. Da streckte er seine Hand aus Und nahm es. Und der König von Aram Führte Krieg gegen Israel. Und er beratschlagte sich Mit seinen Knechten Und sprach, Da und da soll mein Lager sein. Aber der Mann Gottes Sandte zum König von Israel Und ließ ihm sagen, Hüte dich an jenem Ort Vorbeizugehen, Denn die Aramäer Kommen dort hinab. Und der König von Israel Sandte hin an den Ort, Den ihm der Mann Gottes genannt Und vor dem er ihn gewarnt hatte, Und er nahm sich dort in Acht. Dies geschah nicht bloß einmal Oder zweimal. Da wurde das Herz des Königs Von Aram unruhig darüber, Und er rief seine Knechte zu sich Und sprach zu ihnen, Könnt ihr mir denn nicht sagen, Wer von den Unsrigen Es mit dem König von Israel hält? Da sprach einer seiner Knechte, Nicht doch, mein Herr und König, Sondern Elisa, Der Prophet in Israel, Verrät dem König von Israel Alles, was du in deiner Schlafkammer redest. Er sprach, So geht hin und seht, Wo er ist, Daß ich hinsende Und ihn ergreifen lasse. Und sie meldeten es ihm Und sprachen, Siehe, er ist in Dothan. Da sandte er Pferde Und Streitwagen Und eine große Streitmacht dorthin, Und sie kamen bei Nacht Und umzingelten die Stadt. Als nun der Diener Des Mannes Gottes Am Morgen früh aufstand Und hinausging, Siehe, da lag um die Stadt Ein Heer mit Pferden Und Streitwagen. Da sprach sein Knecht zu ihm, O weh, mein Herr, Was wollen wir nun tun? Er sprach, Fürchte dich nicht, Denn die, welche bei uns sind, Sind zahlreicher Als die, welche bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm doch die Augen, Damit er sieht. Da öffnete der Herr Dem Knecht die Augen, So daß er sah. Und siehe, Der Berg war voll Feueriger Rosse Und Streitwagen Rings um Elisa her. Und als sie zu ihm hinkamen, Bat Elisa den Herrn Und sprach, Schlage doch diese Heiden Mit Blindheit. Da schlug er sie mit Blindheit Nach dem Wort Elisas. Und Elisa sprach zu ihnen, Das ist nicht der Weg, Noch die Stadt, Folgt mir nach, So will ich euch zu dem Mann führen, Den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Und es geschah, Als sie nach Samaria gekommen waren, Da sprach Elisa, Herr, öffne diesen die Augen, Damit sie sehen. Und der Herr öffnete ihnen die Augen, So daß sie sahen. Und siehe, Da waren sie mitten in Samaria. Und als der König von Israel sie sah, Sprach er zu Elisa, Mein Vater, soll ich sie schlagen? Soll ich sie schlagen? Er sprach, Du sollst sie nicht schlagen. Würdest du die schlagen, Welche du mit deinem Schwert Und mit deinem Bogen gefangen nimmst? Setze ihnen Brot und Wasser vor, Daß sie essen und trinken Und zu ihrem Herrn ziehen. Da wurde ein großes Mahl zubereitet. Und als sie gegessen und getrunken hatten, Ließ er sie gehen, Und sie zogen zu ihrem Herrn. Von da an kamen die Streifscharen Der Aramäer Nicht mehr in das Land Israel. Und danach geschah es, Daß Ben-Hadad, Der König von Aram, Sein ganzes Heer versammelte Und heraufzog Und Samaria belagerte. Da entstand in Samaria Eine große Hungersnot. Und siehe, Sie belagerten die Stadt so lange, Bis ein Eselskopf Achtzig Silberlinge Und ein Viertel Gab Taubenmist Fünf Silberlinge wert war. Und als der König von Israel Auf der Mauer entlang ging, Flehte ihn eine Frau an und sprach, Hilf mir, Mein Herr und König. Er aber sprach, Wenn dir der Herr nicht hilft, Von woher soll ich dir Hilfe bringen? Von der Tenne Oder von der Kälte? Und der König fragte sie, Was willst du? Sie sprach, Diese Frau da sprach zu mir, Gib deinen Sohn her, Daß wir ihn heute essen, Morgen wollen wir dann Meinen Sohn essen. So haben wir meinen Sohn Gekocht und ihn gegessen, Und am anderen Tag Sprach ich zu ihr, Gib deinen Sohn her, Daß wir ihn essen, Aber sie hat ihren Sohn versteckt. Und es geschah, Als der König Die Worte der Frau hörte, Da zerriß er seine Kleider, Während er auf der Mauer Entlang ging. Da sah das Volk, Daß er darunter Auf seinem Leib Sacktuch trug. Und er sprach, Gott tue mir dies und das, Wenn das Haupt Elisas Des Sohnes Saphats Heute auf ihm bleibt. Elisa aber saß in seinem Haus, Und die Ältesten Saßen bei ihm. Und der König Sandte einen Mann Vor sich her, Aber ehe der Bote Zu ihm kam, Sprach er zu den Ältesten, Seht ihr nicht, Wie dieser Mördersohn Her sendet, Um mir den Kopf Abzuhauen? Habt Acht, Wenn der Bote kommt, Verschließt die Tür Und stemmt euch Mit der Tür Gegen ihn. Höre ich nicht Die Fußtritte Seines Herrn Hinter ihm her? Während er noch Mit ihnen redete, Siehe, Da kam der Bote Zu ihm hinab Und er sprach, Siehe, Dieses Unglück Kommt vom Herrn, Was soll ich noch Auf den Herrn warten? Kapitel 7 Da sprach Elisa, Hört das Wort Des Herrn. So spricht der Herr, Morgen um diese Zeit Wird im Tor von Samaria Ein Maß Feinmehl Einen Schäkel gelten Und zwei Maß Gerste Einen Schäkel. Da antwortete Der Offizier, Auf dessen Arm Sich der König Stützte dem Mann Gottes Und sprach, Siehe, Selbst wenn der Herr Fenster am Himmel Machte, Wie könnte dies geschehen? Er aber sprach, Siehe, Du wirst es mit eigenen Augen Sehen, Aber nicht davon essen. Es waren aber Vier aussätzige Männer Am Eingang des Tores Und einer sprach zum anderen, Weshalb bleiben wir hier, Bis wir sterben? Wenn wir sprechen, Wir wollen in die Stadt gehen, Wo doch Hungersnot In der Stadt herrscht, So müssen wir dort sterben. Bleiben wir aber hier, So müssen wir auch sterben. So kommt nun, Wir wollen zum Heer Der Aramäer überlaufen. Lassen Sie uns leben, So leben wir, Töten Sie uns, So sind wir tot. Und sie machten sich In der Dämmerung auf, Um in das Lager Der Aramäer zu gehen. Als sie nun An den Rand Des Lagers Der Aramäer kamen, Siehe, Da war kein Mensch da. Denn der Herr Hatte das Heer Der Aramäer Ein Getöse Von Streitwagen Hören lassen, Auch ein Getümmel Von Pferden Und ein Geschrei Einer großen Des Lagers kamen, Gingen sie in ein Zelt Und aßen und tranken. Und sie nahmen Silber, Gold und Kleider daraus mit Und gingen hin Und verbargen es. Und sie kamen wieder Und gingen in ein anderes Zelt Und plünderten es aus, Gingen fort und verbargen es. Aber einer sprach zum Anderen Wir handeln nicht recht. Dieser Tag ist ein Tag Guter Botschaft. Wenn wir schweigen Und warten, Bis es heller Morgen wird, So wird uns Strafe treffen. So kommt nun, Wir wollen gehen Und es dem Haus Des Königs melden. Und sie kamen Und riefen dem Torhüter Der Stadt Und verkündeten es ihnen Und sprachen, Wir sind zum Lager Der Aramäer gekommen Und siehe, Es ist niemand da. Und man hört auch Keinen Menschen, Sondern nur Pferde und Esel. Die sind angebunden Und die Zelte, Wie sie waren. Und er rief die Torhüter Und man berichtete es Drinnen im Haus des Königs. Und der König stand In der Nacht auf Und sprach zu seinen Knechten, Ich will euch doch sagen, Was die Aramäer Mit uns vorhaben. Sie wissen, Daß wir Hunger leiden Und sind aus dem Lager gegangen, Um sich im Feld zu verbergen Und denken, Wenn die aus der Stadt gehen, Wollen wir sie lebendig fangen Und in die Stadt eindringen. Da antwortete Einer seiner Knechte Und sprach, Man nehme doch fünf Von den übrig gebliebenen Pferden, Die noch da sind, Siehe, Es geht ihnen doch Wie der ganzen Menge Israels, Die darin übrig geblieben ist, Siehe, Es geht ihnen Wie der ganzen Menge Israels, Welche aufgerieben ist, Die laßt uns senden Und dann schauen. Da nahmen sie Zwei gespanne Pferde, Und der König Sandte sie dem Heer Der Aramäer nach Und sprach, Geht hin und seht nach. Als sie ihnen nun Bis an den Jordan Nachzogen, Siehe, Da lagen alle Wege Voll Kleider und Waffen, Welche die Aramäer Auf ihrer eiligen Flucht Von sich geworfen hatten, Und die Boten Kamen wieder Und sagten es dem König. Da ging das Volk hinaus Und plünderte Das Lager der Aramäer, So daß ein Maß Feinmehl Einen Silberling galt Und zweimaß Gerste Auch einen Silberling Nach dem Wort des Herrn. Und der König Bestellte den Offizier, Auf dessen Arm Er sich stützte, Zur Aufsicht Über das Tor, Und das Volk Zertrat ihn im Tor, So daß er starb, Wie der Mann Gottes Gesagt hatte, Der es vorausgesagt hatte, Als der König Zu ihm hinabkam. Denn es geschah, Wie der Mann Gottes Dem König gesagt hatte, Als er sprach, Morgen um diese Zeit Werden im Tor Von Samaria Zwei Maß Gerste Einen Silberling gelten Und ein Maß Feinmehl Einen Silberling. Worauf der Offizier Dem Mann Gottes Geantwortet hatte, Ja siehe selbst, Wenn der Herr Fenster am Himmel Machte, Wie könnte dies geschehen? Er aber hatte gesagt, Siehe, Du wirst es mit deinen Augen Sehen, Aber nicht davon essen. So erging es ihm jetzt, Denn das Volk Zertrat ihn im Tor, So daß er starb. Kapitel 8 Und Elisa Redete mit der Frau, Deren Sohn er lebendig Gemacht hatte, Und sprach, Mache dich auf Und geh hin Mit deinen Hausgenossen Und halte dich In der Fremde auf, Wo du kannst, Denn der Herr Hat eine Hungersnot Herbeigerufen, Und sie kommt auch In das Land Sieben Jahre lang. Und die Frau Machte sich auf Und machte es so, Wie der Mann Gottes sagte Und zog hin Mit ihren Hausgenossen Und hielt sich Sieben Jahre lang Im Land der Philister auf. Als nun die sieben Jahre Vorbei waren, Kam die Frau wieder Aus dem Land der Philister Und sie ging hin, Um den König anzurufen Wegen ihres Hauses Und wegen ihrer Felder. Der König aber Redete eben Mit Gehasi, Dem Knecht Des Mannes Gottes Und sprach, Erzähle mir doch Alle die großen Taten, Die Elisa getan hat. Und es geschah, Während er dem König Erzählte, Wie jener einen Toten Lebendig gemacht hatte, Siehe, Da kam eben die Frau, Deren Sohn er lebendig Gemacht hatte, Dazu, Und rief den König an, Wegen ihres Hauses Und wegen ihrer Felder. Da sprach Gehasi, Mein Herr und König, Dies ist die Frau, Und dies ist ihr Sohn, Den Elisa Lebendig gemacht hat. Da fragte der König Die Frau, Und sie erzählte es ihm. Da gab ihr der König Einen Kämmerer mit Und sprach, Verschaffe ihr alles wieder, Was ihr gehört, Dazu allen Ertrag der Felder Seit der Zeit, Da sie das Land Verlassen hat, Bis jetzt. Und Elisa kam nach Damaskus. Da lag Ben Hadad, Der König von Aram, Krank. Und man sagte es ihm Und sprach, Der Mann Gottes Ist hierher gekommen. Da sprach der König Zu Hasael, Nimm ein Geschenk mit dir Und geh dem Mann Gottes Entgegen Und befrage den Herrn Durch ihn Und sprich, Werde ich von dieser Krankheit genesen? Und Hasael ging ihm entgegen Und nahm ein Geschenk mit sich, Allerlei Güter aus Damaskus, Eine Last für vierzig Kamele. Und als er kam, Trat er vor ihn hin Und sprach, Dein Sohn Ben Hadad, Der König von Aram, Hat mich zu dir gesandt, Und lässt fragen, Werde ich von dieser Krankheit genesen? Elisa sprach zu ihm, Geh hin und sage ihm, Du wirst gewiß genesen. Aber der Herr hat mir gezeigt, Daß er gewiß sterben wird. Und Elisa richtete sein Angesicht auf ihn Und starrte ihn unverwandt an, Bis er sich schämte Und der Mann Gottes weinte. Da sprach Hasael, Warum weint mein Herr? Und er sprach, Weil ich weiß, Was für Unheil Du den Kindern Israels antun wirst. Du wirst ihre festen Städte Mit Feuer verbrennen Und ihre junge Mannschaft Mit dem Schwert töten Und ihre Kindlein zerschmettern Und die schwangeren Frauen aufschlitzen. Da sprach Hasael, Was ist dein Knecht, Der Hund, Daß er so große Dinge tun sollte? Elisa sprach, Der Herr hat mir gezeigt, Daß du König über Aram wirst. Und er ging von Elisa weg Und kam zu seinem Herrn, Der sprach zu ihm, Was hat dir Elisa gesagt? Er sprach, Er sagte mir, Du wirst gewiß genesen. Und es geschah am folgenden Tag, Da nahm Hasael die Decke Und tauchte sie ins Wasser Und breitete sie über Benhadads Angesicht, So daß er starb. Und Hasael wurde König an seiner Stelle. Und im fünften Jahr Jorams, Des Sohnes Ahabs, Des Königs von Israel, Als Josaphat noch König von Judah war, Wurde Jehoram, Der Sohn Josaphats König in Judah. Er war 32 Jahre alt, Als er König wurde, Und er regierte acht Jahre lang in Jerusalem. Und er wandelte auf dem Weg der Könige von Israel, Wie es das Haus Ahabs tat. Denn die Tochter Ahabs war seine Frau, Und er tat, Was böse war in den Augen des Herrn. Aber der Herr wollte Judah nicht verderben, Um seines Knechtes David willen, Wie er ihm verheißen hatte, Ihm unter seinen Söhnen Alle Zeit eine Leuchte zu geben. Zu seiner Zeit fielen die Edomiter Von der Oberherrschaft Judas ab Und setzten einen König über sich. Da zog Jehoram nach Zahir Und alle Streitwagen mit ihm, Und er machte sich auf bei Nacht Und schlug die Edomiter, Die ihn und die Obersten Über die Streitwagen umzingelt hatten, So daß das Volk in seine Zelte floh. Dennoch fielen die Edomiter Von der Oberherrschaft Judas ab Bis zu diesem Tag. Auch Libna fiel zu jener Zeit ab. Was aber mehr von Jehoram zu sagen ist Und alles, was er getan hat, Ist das nicht geschrieben Im Buch der Chronik der Könige von Judah? Und Jehoram legte sich zu seinen Vätern Und wurde bei seinen Vätern begraben In der Stadt Davids. Und Ahasja, sein Sohn, Wurde König an seiner Stelle. Im zwölften Jahr Jorams, des Sohnes Ahabs, Des Königs von Israel, Wurde Ahasja, der Sohn Jehorams, König in Judah. Ahasja war 22 Jahre alt, Als er König wurde, Und er regierte ein Jahr lang In Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Atalja, Sie war die Tochter Omris, Des Königs von Israel. Und er wandelte auf dem Weg Des Hauses Ahabs, Denn er war ein Schwiegersohn Des Hauses Ahabs. Und er zog mit Joram, Dem Sohn Ahabs, In den Krieg gegen Hasael, Den König von Aram, Nach Ramoth in Gilead. Aber die Aramäer Verwundeten Joram. Da kehrte der König Joram Zurück, um sich in Israel Heilen zu lassen von den Wunden, Die ihm die Aramäer In Ramat geschlagen hatten, Als er mit Hasael, Dem König von Aram, Kämpfte. Und Ahasja, Der Sohn Jehorams, Der Königin Judah, Kam hinab, Um Joram, Den Sohn Ahabs, In Israel zu besuchen, Denn er lag krank. Kapitel 9 Elisa aber, Der Prophet, Rief einen der Propheten Söhne Und sprach zu ihm, Gürte deine Lenden Und nimm diese Ölflasche mit dir Und geh hin nach Ramoth in Gilead. Und wenn du dahin kommst, So schau, wo Jehu ist, Der Sohn Josaphat Des Sohnes Nimsis, Und geh hinein Und lass ihn aufstehen Aus der Mitte seiner Brüder Und führe ihn In die innerste Kammer. Und nimm die Ölflasche Und gieße sie auf sein Haupt aus Und sprich, So spricht der Herr, Ich habe dich zum König Über Israel gesalbt Und du sollst die Tür öffnen Und fliehen Und dich nicht aufhalten. So ging der junge Mann, Der Diener des Propheten, Hin nach Ramoth in Gilead. Und als er hineinkam, Siehe, da saßen die Hauptleute Des Heeres beisammen Und er sprach, Ein Wort habe ich an dich, O Hauptmann. Und Jehu sprach, An welchen von uns allen? Er sprach, An dich, O Hauptmann. Da stand Jehu auf Und ging in das Haus hinein. Er aber goß das Öl Auf sein Haupt Und sprach zu ihm, So spricht der Herr, Der Gott Israels, Ich habe dich zum König gesalbt Über das Volk des Herrn, Über Israel. Und du sollst das Haus Ahabs deines Herrn erschlagen. So will ich das Blut Der Propheten meiner Knechte Und das Blut aller Knechte Des Herrn an Isabel rächen. Ja, das ganze Haus Ahabs Soll umkommen Und ich will von Ahab Alles ausrotten, Was männlich ist, Sowohl mündige Als auch unmündige In Israel. Und ich will das Haus Ahabs machen Wie das Haus Jerobeams Des Sohnes Nebats Und wie das Haus Baesars Des Sohnes Achias. Und die Hunde Sollen Isabel fressen Auf dem Acker von Jesreel Und niemand soll sie begraben. Und er öffnete die Tür Und floh. Als nun Jehu Zu den Knechten Seines Herrn herausging, Sprach man zu ihm, Bedeutet es Friede? Warum ist dieser Verrückte Zu dir gekommen? Er sprach zu ihnen, Ihr kennt doch den Mann Und seine Rede. Sie sprachen, Das ist nicht wahr, Sage es uns doch. Da sprach er, So und so Hat er mit mir geredet Und gesagt, So spricht der Herr, Ich habe dich zum König Über Israel gesalbt. Da eilten sie Und nahmen jeder Sein Gewand Und legten sie unter ihn Auf die bloßen Stufen. Und sie stießen In das Schofahorn Und riefen, Jehu ist König geworden. So machte Jehu, Der Sohn Josaphats Des Sohnes Nimsis Eine Verschwörung Gegen Joram. Joram aber hatte Mit ganz Israel In Ramot in Gilead Gegen Hasael, Den König von Aram, Wache gehalten. Aber der König Joram war wieder Umgekehrt, Um sich in Jesreel heilen zu lassen Von den Wunden, Die ihm die Aramäer Geschlagen hatten, Als er mit Hasael, Dem König von Aram, Kämpfte. Und Jehu sprach, Wenn es euch recht ist, So soll niemand Aus der Stadt entfliehen, Um hinzugehen Und es in Jesreel zu berichten. Und Jehu Ritt nach Jesreel, Denn Joram lag dort. Auch war Ahasjah, Der König von Judah, Herabgekommen, Um Joram zu besuchen. Der Wächter aber, Der auf dem Turm Von Jesreel stand, Sah Jehus Schar kommen Und sprach, Ich sehe eine Schar. Da sprach Joram, Nimm einen Reiter Und sende ihnen Den entgegen Und frage, Bedeutet es Friede? Und der Reiter Ritt ihm entgegen Und sprach, So spricht der König, Bedeutet es Friede? Jehu aber sprach, Was geht dich der Friede an, Kehre um, Folge mir. Und der Wächter Berichtete es und sprach, Der Bote ist zu ihnen gekommen Und kehrt nicht zurück. Da sandte er Einen zweiten Reiter. Als der zu ihm kam, Sprach er, So spricht der König, Bedeutet es Friede? Jehu sprach, Was geht dich der Friede an, Kehre um, Folge mir. Das berichtete der Wächter Und sprach, Der ist auch zu ihnen gekommen Und kehrt nicht zurück. Und es ist ein Jagen Wie das Jagen Jehus Des Sohnes Nimsis, Denn er jagt, Als wäre er rasend. Da sprach Joram, Spanne an. Und man spannte Seinen Streitwagen an Und sie zogen aus, Joram, Der König von Israel Und Ahasja, Der König von Judah, Jeder auf seinem Streitwagen. Sie fuhren Jehu entgegen Und sie trafen ihn Durch sein Herz fuhr Und er in seinen Streitwagen sank. Und Jehu sprach zu Bidekar, Seinem Wagenkämpfer, Nimm ihn und wirf ihn Auf das Ackerfeld Nabotz Des Jesraeliten. Denn denke daran, Wie wir, Ich und du, Nebeneinander Hinter seinem Vater Ahab herritten, Als der Herr Diesen Ausspruch Über ihn tat. Fürwahr, Das Blut Nabotz Und das Blut seiner Söhne Habe ich gestern gesehen, Spricht der Herr, Und ich werde es dir Auf diesem Acker vergelten, Spricht der Herr. So nimm ihn nun Und wirf ihn auf den Acker Nach dem Wort des Herrn. Als aber Ahasja, Der König von Judah, Dies sah, Floh er in Richtung Betgan. Jehu aber jagte ihm nach Und sprach, Erschlagte auch ihn Auf dem Wagen. Das war auf der Anhöhe Von Gur, Das bei Jibleam liegt, Und er floh nach Megiddo Und starb dort. Und seine Knechte Ließen ihn auf einem Wagen Nach Jerusalem führen Und begruben ihn In seinem Grab Bei seinen Vätern In der Stadt Davids. Ahasja aber war König Geworden über Judah Im elften Jahr Jorams des Sohnes Ahabs. Als nun Jehu Nach Jesreel kam Und Isabel dies hörte, Da schminkte sie Ihr Angesicht Und schmückte ihr Haupt Und schaute zum Fenster hinaus. Und als Jehu In das Tor kam, Sprach sie, Ist es Simri gut ergangen, Der seinen Herrn ermordete? Da schaute er Zum Fenster empor Und sprach, Wer hält es mit mir? Wer? Da sahen zwei oder drei Kämmerer zu ihm hinab, Und er sprach, Stürzt sie herab. Und sie stürzten sie hinunter, Daß die Wände Und die Pferde Mit ihrem Blut Bespritzt wurden, Und er zertrat sie. Und als er hineinkam Und gegessen Und getrunken hatte, Sprach er, Seht doch nach dieser Verfluchten Und begrabt sie, Denn sie ist die Tochter eines Königs. Als sie aber hingingen, Um sie zu begraben, Da fanden sie nichts mehr Von ihr als nur den Schädel, Die Füße Und die Handflächen. Und sie kamen wieder Und berichteten es ihm. Er aber sprach, Das ist ja das Wort des Herrn, Daß er durch seinen Knecht Elia, Den Tisbiter, Geredet hat, Als er sprach, Auf dem Acker Jesreels Sollen die Hunde Das Fleisch der Isabel fressen. Und der Leichnam Isabels wird sein Im Acker Jesreels Wie Dünger auf dem Feld, So daß man nicht sagen kann, Dies ist Isabel. Kapitel 10 Ahab aber hatte siebzig Söhne In Samaria. Und Jehu schrieb Briefe Und sandte sie nach Samaria An die Obersten von Jesreel, An die Ältesten und Erzieher Der Söhne Ahabs, Die lauteten so, Nun denn, Sobald dieser Brief zu euch kommt, Die ihr über die Söhne Eures Herrn verfügt Und über die Streitwagen, Die Pferde Und über eine feste Stadt Und Waffen, So schaut, Welcher der beste Und rechtschaffenste Unter den Söhnen Eures Herrn ist Und setzt ihn Auf den Thron seines Vaters Und kämpft Für das Haus Eures Herrn. Sie aber fürchteten Sich über die Maßen Und sprachen, Siehe, die zwei Könige Konnten nicht vor ihm bestehen, Wie wollen denn wir bestehen? Und der Vorsteher Über das Haus, Der Vorsteher Über die Stadt Und die Ältesten Und die Erzieher Sandten hin zu Jehu Und ließen ihm sagen, Wir sind deine Knechte Und wollen alles tun, Was du uns sagst Wir wollen niemand Zum König machen Tue, was dir gefällt Da schrieb er einen zweiten Brief An sie, der lautete so Wenn ihr es mit mir halten Und meiner Stimme Gehorchen wollt, So nehmt die Köpfe Der Männer Der Söhne Eures Herrn Und kommt morgen Um diese Zeit Zu mir Nach Jezreel Aber die König Aber die Königssöhne Siebzig Mann Waren bei den Großen Der Stadt Die sie aufzogen Und es geschah, Als der Brief Zu ihnen kam Da ergriffen sie Die Königssöhne Und töteten sie Siebzig Mann Und legten ihre Köpfe In Körbe Und sandten sie Zu ihm nach Jezreel Und als der Bote kam Und es ihm berichtete Und sprach, Sie haben die Köpfe Der Königssöhne gebracht Da sprach er Legt sie in zwei Haufen Draußen vor das Tor Bis zum Morgen Und am Morgen Als er hinausging Trat er hin Und sprach Zu dem ganzen Volk Ihr seid gerecht Siehe, ich habe Gegen meinen Herrn Eine Verschwörung gemacht Und ihn umgebracht Wer aber Hat diese alle erschlagen So erkennt nun Daß kein Wort Des Herrn Auf die Erde gefallen ist Daß der Herr Gegen das Haus Ahabs geredet hat Sondern der Herr Hat getan Was er durch Seinen Knecht Elia geredet hat Und Jehu Erschlug in Jezreel Alle übrig gebliebenen Vom Haus Ahabs Und seine Gewaltigen Seine Vertrauten Und seine Minister So daß ihm Nicht einer übrig blieb Der entkommen wäre Danach Machte er sich auf Und zog nach Samaria Unterwegs aber Bei Beth Eket Haruim Da traf Jehu Die Brüder Ahasjas Des Königs von Judah An und sprach Wer seid ihr Sie sprachen Wir sind die Brüder Ahasjas Und ziehen hinab Um die Söhne Des Königs Und die Söhne Der Gebieterin Zu begrüßen Er aber sprach Greift sie lebendig Und sie ergriffen Sie lebendig Und erstachen Sie bei der Zisterne Von Beth Eket Zweiundvierzig Mann Und er ließ Nicht einen Von ihnen übrig Und als er von dort Samaria kam Wen man vermissen Wen man vermissen wird Der soll nicht leben Aber Jehu Tat es aus List Um die Diener Baals auszurotten Und Jehu sprach Heiligt dem Baal Ein Fest Und sie ließen Ein solches ausrufen Jehu sandte Mit Jonadab Dem Sohn Rechabs In das Haus Baals Und sprach Zu den Dienern Baals Forscht nach Und achtet darauf Daß hier unter euch Nicht etwa jemand Von den Dienern Des Herrn sei Sondern ausschließlich Diener des Baal Und sie gingen hinein Um Schlachtopfer Und Brandopfer Darzubringen Jehu aber hatte sich Draußen Achtzig Mann bestellt Und sprach Wenn jemand Einen von den Männern Entkommen lässt Die ich in eure Hand gebe So soll sein Leben Für dessen Leben Haften Als man nun Die Brandopfer Vollendet hatte Sprach Jehu Zu den Läufern Und den Offizieren Geht hinein Und erschlagt sie So daß niemand Davon kommt Und sie erschlugen sie Mit der Schärfe Des Schwertes Und die Läufer Und Offiziere Warfen sie hinaus Und gingen in den Innersten Raum Im Haus des Baal Und sie brachten Die Bildsäulen Des Hauses des Baal Heraus Und verbrannten sie Und sie rissen Die Gedenksteine Des Baal nieder Sie zerstörten Auch das Haus Des Baal Und machten Aborte daraus Die sind dort Bis zu diesem Tag So vertilgte Jehu Den Baal Aus Israel Aber von den Sünden Jerobeams Des Sohnes Nebats Mit denen er Israel Zur Sünde Verführt hatte Lies Jehu nicht Nämlich von den Goldenen Kälbern Von Bethel Und von Dan Doch sprach Der Herr zu Jehu Weil du dich Gut gehalten Und getan hast Was recht ist In meinen Augen Weil du am Haus Ahabs gehandelt hast Nach allem Was in meinem Herzen War So sollen Nachkommen von dir Bis in das vierte Glied Auf dem Thron Israels sitzen Aber Jehu Achtete nicht darauf Von ganzem Herzen Nach dem Gesetz Des Herrn Was er getan hat Was er getan hat Und alle seine großen Taten Ist das nicht geschrieben Im Buch der Chronik Der Könige von Israel Und Jehu legte sich Zu seinen Vätern Und sie begruben ihn In Samaria Und Joahas Sein Sohn Wurde König An seiner Stelle Die Zeit aber Die Jehu Über Israel In Samaria Regierte Betrug 28 Jahre Kapitel 11 Als Bei ihr im Haus Antretet soll Geht Und die Obersten Über die Hundertschaften Taten alles Wie es ihnen Der Priester Joiada Geboten hatte Und sie Nahmen Jeder seine Männer Die am Sabbat Antraten Samt denen Die am Sabbat Abtraten Und kamen Zu Joiada Dem Priester Und der Priester Gab den Obersten Über die Hundertschaften Die Speere Und Schilde Die dem König David gehört hatten Und die im Haus Des Herrn waren Und die Leibwächter Standen rings Um den König her Jeder mit seinen Waffen in der Hand Von der rechten Seite des Hauses Bis zur linken Seite des Hauses Bei dem Altar Und bei dem Haus Und er führte Den Sohn Des Königs Heraus Und setzte Ihm die Krone Auf Und gab ihm Das Zeugnis Und sie machten Ihn zum König Und salbten ihn Und klatschten In die Hände Und sprachen Es lebe der König Als aber Atalja Das Geschrei Der Leibwächter Und des Volkes hörte Kam sie zu dem Volk In das Haus Des Herrn Und sie schaute Und siehe Da stand der König Auf dem Podium Wie es Sitte war Und die Obersten Und Trompeter Bei dem König Und das ganze Volk Des Landes War fröhlich Und stieß In die Trompeten Da zerriß Atalja Ihre Kleider Und schrie Verrat Verrat Er machte einen Bund Und das ganze Volk Kapitel 12 Joas war sieben Jahre alt Als er König wurde Im siebten Jahr Jehus Wurde Joas König Und er regierte Vierzig Jahre lang In Jerusalem Und der Name seiner Mutter War Zippia Von Beersheba Und Joas Und Joas tat Was recht war In den Augen Des Herrn Solange ihn Der Priester Jojada Unterwies Nur die Höhen Kamen nicht weg Das Volk Opferte Und räucherte Noch auf den Höhen Und Joas Die Schäden Der Priester Die die Arbeit Verrichteten Von dem Geld Von dem Geld machen Das in das Haus Des Herrn Gebracht worden war Gatt Und eroberte es Und als Hasael Miene machte Gegen Jerusalem Hinauf zu ziehen Da nahm Joas Der König von Judah Alles was geheiligt war Was seine Väter Josaphat Joram Und Ahasja Die Könige von Judah Geheiligt hatten Und was er selbst Geheiligt hatte Dazu alles Gold Das man in den Schätzen Im Haus des Herrn Und im Haus des Königs Vorfand Und sandte es Hasael Dem König von Aram Da zog er ab Von Jerusalem Was aber mehr Von Joas Zu sagen ist Und alles was er getan hat Ist das nicht geschrieben Im Buch der Chronik Der Könige von Judah Und seine Knechte Erhoben sich Und machten eine Verschwörung Und erschlugen Joas Im Haus des Milo Wo man nach Silla Hinab geht Denn Josachar Der Sohn Simerz Und Jehusabat Der Sohn Somers Seine Knechte Erschlugen ihn Und er starb Und man begrub ihn Bei seinen Vätern In der Stadt Davids Und Amatzja Sein Sohn Wurde König An seiner Stelle Kapitel 13 Im 23. Jahr Des Joas Des Sohnes Ahasjas Des Königs von Judah Wurde Joahas Der Sohn Jehus König über Israel In Samaria Und er regierte Denn er sah Und er sah die Bedrängnis Israels Nicht mehr übrig Im 37. Jahr Und er kämpfte Ist das nicht geschrieben Und Elisa Und Elisa sprach, ein Pfeil der Rettung vom Herrn, ein Pfeil der Rettung gegen die Aramäer, du wirst die Aramäer schlagen bei Afek, bis sie aufgerieben sind. Und er sprach, nimm die Pfeile. Und als der sie nahm, sprach er zum König von Israel, schlage auf die Erde. Da schlug er dreimal und hielt inne. Da wurde der Mann Gottes zornig über ihn und sprach, wenn du fünf oder sechsmal geschlagen hättest, dann hättest du die Aramäer bis zur Vernichtung geschlagen. Nun aber wirst du die Aramäer nur dreimal schlagen. Und Elisa starb und wurde begraben. Im folgenden Jahr aber fielen die Streifscharen der Moabiter ins Land. Und es geschah, als man einen Mann begrub, da sahen sie plötzlich die Streifschar kommen, und sie warfen den Mann in das Grab Elisas. Und sobald der Mann hinabkam und die Gebeine Elisas berührte, wurde er lebendig und stellte sich aufrecht auf seine Füße. Hasael aber, der König von Aram, bedrängte Israel, solange Joachas lebte. Aber der Herr war ihnen gnädig und erbarmte sich über sie und wandte sich ihnen zu, um seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob willen. Er wollte sie nicht verderben und hatte sie bis dahin noch nicht von seinem Angesicht verworfen. Und Hasael, der König von Aram, starb, und sein Sohn Benhadad wurde König an seiner Stelle. Joas aber, der Sohn des Joachas, entriss der Hand Benhadads, des Sohnes Hasael, die Städte wieder, die dieser im Krieg aus der Hand seines Vaters Joachas genommen hatte. Dreimal schlug ihn Joas und eroberte die Städte Israels zurück. Kapitel 14 Im zweiten Jahr des Joas, des Sohnes Joachas, des Königs von Israel, wurde Amazia König, der Sohn des Königs Joas von Judah. Mit 25 Jahren wurde er König, und er regierte 29 Jahre lang in Jerusalem, und der Name seiner Mutter war Joadin von Jerusalem. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, doch nicht so wie sein Vater David, sondern ganz so, wie es sein Vater Joas getan hatte. Nur die Höhen kamen nicht weg, sondern das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen. Und es geschah, sobald er die Königsherrschaft fest in Händen hatte, tötete er seine Knechte, die seinen königlichen Vater erschlagen hatten. Aber die Söhne der Mörder tötete er nicht. Wie es geschrieben steht im Buch des Gesetzes Moses, wo der Herr geboten hatte und sprach, die Väter sollen nicht um der Söhne willen sterben, und die Söhne sollen nicht um der Väter willen getötet werden, sondern jeder soll um seiner eigenen Sünde willen sterben. Er schlug auch die Edomiter im Salztal, zehntausend Mann, und eroberte Sela im Kampf, und er gab der Stadt den Namen Jokteil, wie sie heute noch heißt. Danach sandte Amazia Boten zu Joas, dem Sohn des Joahas, des Sohnes Jehus, dem König von Israel, und ließ ihm sagen, »Komm, wir wollen einander ins Angesicht sehen.« Da sandte Joas, der König von Israel, Boten zu Amazia, dem König von Judah, und ließ ihm sagen, »Der Dornstrauch auf dem Libanon sandte zur Zeder auf dem Libanon und ließ ihr sagen, »Gib deine Tochter meinem Sohn zur Frau.« Aber das Wild auf dem Libanon lief über den Dornstrauch und zertrat ihn. »Du hast die Edomiter vollständig geschlagen, und dein Herz verführt dich zum Stolz. Begnüge dich mit deinem Ruhm und bleibe daheim. Warum willst du das Unheil herausfordern, daß du zu Fall kommst und Judah mit dir?« Aber Amazia wollte nicht hören. Da zog Joas, der König von Israel, herauf, und sie sahen sich ins Angesicht, er und Amazia, der König von Judah, bei Bethschemesh, das zu Judah gehört. Aber Judah wurde vor Israel geschlagen, so daß jeder in sein Zelt floh. Und Joas, der König von Israel, nahm Amazia, den König von Judah, den Sohn des Joas, des Sohnes Ahasias, bei Bethschemesh gefangen. Und er kam nach Jerusalem und riß die Stadtmauern ein, vom Tor Ephraim bis zum Ektor, auf vierhundert Ellen Länge. Und er nahm alles Gold und Silber und alle Geräte, die sich im Haus des Herrn und in den Schätzen im Haus des Königs fanden, dazu Geiseln, und kehrte wieder nach Samaria zurück. Was aber mehr von Joas zu sagen ist, was er tat und seine großen Taten, und wie er mit Amazia, dem König von Judah, gekämpft hat, ist das nicht geschrieben im Buch der Chronik der Könige von Israel? Und Joas legte sich zu seinen Vätern und wurde in Samaria bei den Königen von Israel begraben. Und Jerobeam, sein Sohn, wurde König an seiner Stelle. Aber Amazia, der Sohn des Joas, der König von Judah, lebte nach dem Tod des Joas, des Sohnes des Joas, des Königs von Israel, noch fünfzehn Jahre lang. Was aber mehr von Amazia zu sagen ist, ist das nicht geschrieben im Buch der Chronik der Könige von Judah? Und sie machten in Jerusalem eine Verschwörung gegen ihn, er aber floh nach Lachis. Da sandten sie ihm Leute hinterher bis nach Lachis und töteten ihn dort. Und sie brachten ihn auf Pferden zurück, und er wurde begraben in Jerusalem bei seinen Vätern in der Stadt Davids. Und das ganze Volk von Judah nahm Asaria, der sechzehn Jahre alt war, und machte ihn zum König anstelle seines Vaters Amazia. Er baute Elat und brachte es wieder an Judah, nachdem der König sich zu seinen Vätern gelegt hatte. Im fünfzehnten Jahr Amazias, des Sohnes des Joas, des Königs von Judah, wurde Jerobeam, der Sohn des Joas, König über Israel in Samaria, und er regierte einundvierzig Jahre lang. Er tat aber, was böse war in den Augen des Herrn, und ließ nicht ab von allen Sünden Jerobeams des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Dieser eroberte das Gebiet Israels zurück, von Lebo Hamad an bis an das Meer der Arawa, nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, das er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den Sohn Amittais, den Propheten aus Gadhefer. Denn der Herr sah das so bittere Elend Israels, das Mündige und Unmündige dahin waren, und es keinen Retter für Israel gab. Und der Herr hatte nicht gesagt, daß er den Namen Israels unter dem Himmel austilgen wolle. Deswegen half er ihnen durch Jerobeam, den Sohn des Joas. Was aber mehr von Jerobeam zu sagen ist, und alles, was er tat, und seine großen Taten, wie er gekämpft und wie er Damaskus und Hamad, die zu Judah gehört hatten, an Israel zurückgebracht hat, ist das nicht geschrieben im Buch der Chronik der Könige von Israel? Und Jerobeam legte sich zu seinen Vätern, den Königen von Israel, und Zacharia, sein Sohn, wurde König an seiner Stelle. Kapitel 15 Im 27. Jahr Jerobeams des Königs von Israel wurde Azaria König, der Sohn Amatzias, des Königs in Judah. Mit 16 Jahren wurde er König, und er regierte 52 Jahre lang in Jerusalem, und der Name seiner Mutter war Jeholya von Jerusalem. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, ganz, wie es sein Vater Amatzia getan hatte, nur daß die Höhen nicht wegkamen, denn das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen. Der Herr aber schlug den König, so daß er aussätzig wurde bis zum Tag seines Todes, und er wohnte in einem abgesonderten Haus. Jotham aber, der Sohn des Königs, war über das königliche Haus gesetzt und richtete das Volk des Landes. Was aber mehr von Azaria zu sagen ist, und alles, was er getan hat, ist das nicht geschrieben im Buch der Chronik der Könige von Judah? Und Azaria legte sich zu seinen Vätern, und man begrub ihn bei seinen Vätern in der Stadt Davids, und Jotham, sein Sohn, wurde König an seiner Stelle. Im 38. Jahr Azarias, des Königs von Judah, wurde Zacharia, der Sohn Jerobeams, König über Israel in Samaria, und er regierte sechs Monate lang. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, wie es seine Väter getan hatten. Er ließ nicht ab von den Sünden, zu denen Jerobeam, der Sohn Nebatz, Israel verführt hatte. Und Shalom, der Sohn des Jabes, machte eine Verschwörung gegen ihn und schlug ihn vor dem Volk und tötete ihn, und er wurde König an seiner Stelle. Was aber mehr von Zacharia zu sagen ist, siehe, das ist geschrieben im Buch der Chronik der Könige von Israel. So erfüllte sich das Wort, das der Herr zu Jehu geredet hatte, als er sprach, es sollen nachkommen von dir bis ins vierte Glied auf dem Thron Israels sitzen. Und es geschah genau so. Shalom, der Sohn des Jabes, wurde König im 39. Jahr Usias, des Königs von Judah, und er regierte einen vollen Monat lang in Samaria. Da zog Menachem, der Sohn Gadis, von Tirza herauf und kam nach Samaria, und er schlug Shalom, den Sohn des Jabes, in Samaria und tötete ihn, und er wurde König an seiner Stelle. Was aber mehr von Shalom zu sagen ist, und seine Verschwörung, die er gemacht hat, siehe, das ist geschrieben im Buch der Chronik der Könige von Israel. Damals schlug Menachem die Stadt Tifsach und alle, die darin waren, und ihr Gebiet von Tirza an. Weil sie ihn nicht einlassen wollten, darum schlug er sie und ließ alle ihre Schwangeren aufschlitzen. Im 39. Jahr Asarias, des Königs von Judah, wurde Menachem, der Sohn Gadis, König über Israel, und er regierte zehn Jahre lang in Samaria. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Er ließ sein Leben lang nicht von den Sünden, zu denen Jerobeam, der Sohn Nebatz, Israel, verführt hatte. Und Pul, der König von Assyrien, kam in das Land. Und Menachem gab Pul eintausend Talente Silber, damit er ihm Beistand gewährte und ihm das Königreich bestätigte. Und Menachem erhob das Geld von Israel von allen begüterten Leuten, fünfzig Schekel Silber von jedem Mann, um es dem König von Assyrien zu geben. So zog der König von Assyrien wieder heim und blieb nicht dort im Land. Was aber mehr von Menachem zu sagen ist und alles, was er getan hat, ist das nicht aufgezeichnet im Buch der Chronik der Könige von Israel? Und Menachem legte sich zu seinen Vätern, und Pekachia, sein Sohn, wurde König an seiner Stelle. Im fünfzigsten Jahr Asaryas, des Königs von Judah, wurde Pekachia, der Sohn Menachems, König über Israel in Samaria, und er regierte zwei Jahre lang. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Er ließ nicht ab von den Sünden, zu denen Jerobeam, der Sohn Nebatz, Israel verführt hatte. Pekach aber, der Sohn Remaljas, sein Hauptmann, machte eine Verschwörung gegen ihn und erschlug ihn in Samaria, in der Burg des Königshauses, ebenso Argob und Arje. Mit ihm aber waren fünfzig Mann von den Söhnen der Gileaditer, und er tötete ihn und wurde König an seiner Stelle. Was aber mehr von Pekachia zu sagen ist und alles, was er getan hat, siehe, das ist aufgezeichnet im Buch der Chronik der Könige von Israel. Im zweiundfünfzigsten Jahr Asaryas, des Königs von Judah, wurde Pekach, der Sohn Remaljas, König über Israel in Samaria, und er regierte zwanzig Jahre lang. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Er ließ nicht ab von den Sünden, zu denen Jerobeam, der Sohn Nebatz, Israel verführt hatte. Zu den Zeiten Pekachs, des Königs von Israel, kam Tiglat-Pileser, der König von Assyrien, und nahm Ion ein und Abel-Bed-Ma-Acha, Janoach, Kedesch, Hazor, Gilead, Galiläa, das ganze Land Naftali, und er führte die Bewohner gefangen nach Assyrien. Und Hosea, der Sohn Elas, machte eine Verschwörung gegen Pekach, den Sohn Remaljas, und schlug ihn tot. Und er wurde König an seiner Stelle im zwanzigsten Jahr Jothams, des Sohnes Usias. Was aber mehr von Pekach zu sagen ist und alles, was er getan hat, siehe, das ist aufgezeichnet im Buch der Chronik der Könige von Israel. Im zweiten Jahr Pekachs, des Sohnes Remaljas, des Königs von Israel, wurde Jotham König, der Sohn Usias, des Königs von Judah. Er war fünfundzwanzig Jahre alt, als er König wurde, und er regierte sechzehn Jahre lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Jerusa, eine Tochter Zadoks. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, ganz wie sein Vater Usia gehandelt hatte, so handelte auch er. Nur, daß die Höhen nicht wegkamen, denn das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen. Er baute das obere Tor am Haus des Herrn. Was aber mehr von Jotham zu sagen ist und alles, was er getan hat, ist das nicht aufgezeichnet in der Chronik der Könige von Judah? In jenen Tagen fing der Herr an, Rezin, den König von Aram, und Pekach, den Sohn Remaljas, gegen Judah zu senden. Und Jotham legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben bei seinen Vätern in der Stadt seines Vaters David. Und Ahas, sein Sohn, wurde König an seiner Stelle. Kapitel 16. Im siebzehnten Jahr Pekachs, des Sohnes Remaljas, wurde Ahas König, der Sohn Jothams des Königs in Judah. Ahas war zwanzig Jahre alt, als er König wurde, und er regierte sechzehn Jahre lang in Jerusalem. Und er tat nicht, was recht war in den Augen des Herrn, seines Gottes, wie sein Vater David. Denn er wandelte auf dem Weg der Könige von Israel. Er ließ sogar seinen Sohn durchs Feuer gehen nach den Gräueln der Heidenvölker, die der Herr vor den Kindern Israels vertrieben hatte. Und er opferte und räucherte auf den Höhen und auf den Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Damals zogen Rezin, der König von Aram, und Pekach, der Sohn Remaljas, der König von Israel, zum Kampf herauf gegen Jerusalem und belagerten Ahas, konnten die Stadt aber nicht erstürmen. Zu jener Zeit brachte Rezin, der König von Aram, Elad wieder an Aram, denn er vertrieb die Juden aus Elad, und die Aramäer kamen nach Elad und ließen sich darin nieder bis zu diesem Tag. Ahas aber sandte Boten zu Tiglat Pileser, dem König von Assyrien, und ließ ihm sagen, ich bin dein Knecht und dein Sohn, komm herauf und errette mich aus der Hand des Königs von Aram und aus der Hand des Königs von Israel, die sich gegen mich aufgemacht haben. Und Ahas nahm das Silber und das Gold, das sich im Haus des Herrn und in den Schätzen des königlichen Hauses vorfand, und sandte es dem König von Assyrien als Geschenk. Und der König von Assyrien hörte auf ihn. Und der König von Assyrien zog herauf nach Damaskus und nahm es ein und führte die Leute gefangen nach Kier und tötete Rezin. Da zog der König Ahas Tiglat Pileser, dem König von Assyrien entgegen nach Damaskus. Und als er den Altar sah, der in Damaskus war, da sandte der König Ahas dem Priester Uriah ein Abbild des Altars, und zwar eine genaue Vorlage, wie er gemacht war. Und der Priester Uriah ließ den Altar genau nach dem bauen, was der König Ahas von Damaskus ausgesandt hatte. So ließ ihn der Priester Uriah anfertigen, bis der König Ahas aus Damaskus kam. Und als der König aus Damaskus kam und den Altar sah, trat er zu dem Altar darauf. Und er verbrannte darauf sein Brandopfer und sein Speisopfer und goß sein Trankopfer darauf und sprengte das Blut der Friedensopfer, die er da brachte, auf den Altar. Aber den ehernen Altar, der vor dem Herrn stand, rückte er von der Vorderseite des Hauses weg aus dem Zwischenraum zwischen dem neuen Altar und dem Haus des Herrn und stellte ihn nördlich von dem neuen Altar auf. Und der König Ahas gebot dem Priester Uriah und sprach, auf dem großen Altar sollst du das Morgenbrandopfer anzünden und das Abend Speisopfer und das Brandopfer des Königs und sein Speisopfer, auch das Brandopfer des einfachen Volkes samt ihrem Speisopfer und ihren Trankopfern. Und alles Blut des Brandopfers und alles Blut der Schlachtopfer sollst du darauf sprengen. Wegen des ehrenen Altars aber will ich mich noch bedenken. Und der Priester Uriah machte alles genau so, wie es ihm der König Ahas befahl. Der König Ahas ließ auch die Stege an den Gestellen herausbrechen und die Becken oben entfernen, und das Wasserbecken nahm er von den ehrenen Rindern, die darunter waren, herab und setzte es auf ein steinernes Pflaster. Auch die Sabbathalle, die man am Haus gebaut hatte, und den äußeren Eingang des Königs verlegte er am Haus des Herrn wegen des Königs von Assyrien. Was aber mehr von Ahas zu sagen ist, was er getan hat, ist das nicht geschrieben im Buch der Chronik der Könige von Judah? Und Ahas legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben bei seinen Vätern in der Stadt Davids. Und Hiskia, sein Sohn, wurde König an seiner Stelle. Kapitel 17 Im zwölften Jahr des Ahas, des Königs von Judah, wurde Hosea, der Sohn Elas, König über Israel in Samaria, und er regierte neun Jahre lang. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, doch nicht wie die Könige von Israel, die vor ihm waren. Gegen ihn zog Salmanassa, der König von Assyrien, herauf. Und Hosea wurde ihm untertan und zahlte ihm Tribut. Als aber der König von Assyrien erfuhr, daß Hosea eine Verschwörung gemacht und Boten zu So gesandt hatte, dem König von Ägypten, und dem König von Assyrien nicht wie alle Jahre Tribut gezahlt hatte, da nahm er ihn fest und legte ihn gebunden ins Gefängnis. Und der König von Assyrien durchzog das ganze Land und kam vor Samaria und belagerte es drei Jahre lang. Im neunten Jahr Hoseas eroberte der König von Assyrien Samaria und führte Israel gefangen nach Assyrien, und er siedelte sie in Halach und am Habor, dem Fluß Gosans und in den Städten der Meder an. Und dies geschah deshalb, weil die Kinder Israels gesündigt hatten gegen den Herrn, ihren Gott, der sie aus dem Land Ägypten geführt hatte, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten, und weil sie andere Götter fürchteten. Und weil sie nach den Satzungen der Heidenvölker wandelten, die der Herr vor den Kindern Israels vertrieben hatte, und nach den Satzungen der Könige von Israel, die diese gemacht hatten. So hatten die Kinder Israels gegen den Herrn, ihren Gott, heimlich Dinge getrieben, die nicht recht waren. Sie bauten sich Höhen an allen ihren Wohnorten, von den Wachttürmen bis zu den festen Städten. Und sie errichteten sich Gedenksteine und Aschera-Standbilder auf allen hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Und sie räucherten auf allen Höhen wie die Heiden, die der Herr vor ihnen weggeführt hatte, und trieben böse Dinge, um damit den Herrn zu erzürnen. Und sie dienten den Götzen, von denen der Herr ihnen gesagt hatte, ihr sollt so etwas nicht tun. Ja, wenn der Herr gegen Israel und Judah durch alle Propheten und alle Seher Zeugnis ablegte, indem er ihnen sagen ließ, kehrt um von euren bösen Wegen und haltet meine Gebote und meine Satzungen, nach dem ganzen Gesetz, das ich euren Vätern geboten habe, und das ich durch meine Knechte die Propheten zu euch gesandt habe. So gehorchten sie nicht, sondern machten ihren Nacken hart, gleich dem Nacken ihrer Väter, die nicht an den Herrn ihren Gott geglaubt hatten. Dazu verachteten sie seine Satzungen und seinen Bund, den er mit ihren Vätern geschlossen hatte, und seine Zeugnisse, die er ihnen bezeugt hatte. Und sie wandelten der Nichtigkeit nach und wurden nichtig. Und sie folgten den Heidenvölkern nach, die um sie her wohnten, deren wegen ihnen der Herr geboten hatte, sie sollten nicht so handeln wie diese. Und sie verließen alle Gebote des Herrn ihres Gottes und machten sich Bilder, zwei gegossene Kälber, und machten ein Aschera-Standbild und beteten das ganze Heer des Himmels an und dienten dem Baal. Und sie ließen ihre Söhne und ihre Töchter durchs Feuer gehen und trieben Wahrsagerei und Zauberei und verkauften sich, zu tun, was böse ist in den Augen des Herrn, um ihn zu erzürnen. Da wurde der Herr sehr zornig über Israel und tat sie von seinem Angesicht hinweg, so daß nur der Stamm Judah übrig blieb. Aber auch Judah befolgte die Gebote des Herrn seines Gottes nicht, sondern sie wandelten nach den Satzungen Israels, die sie gemacht hatten. Darum verwarf der Herr den ganzen Samen Israels und demütigte sie, und er gab sie in die Hände von Räubern, bis er sie von seinem Angesicht verstieß. Denn Israel hatte sich vom Haus Davids losgerissen und hatte Jerobeam den Sohn Nebats zum König gemacht. Und Jerobeam wandte Israel ab von der Nachfolge des Herrn und verführte es zu schwerer Sünde. Und die Kinder Israels wandelten in allen Sünden Jerobeams, die er getan hatte, und ließen nicht davon, bis der Herr Israel vor seinem Angesicht hinwegtat, wie er durch alle seine Knechte die Propheten geredet hatte. So wurde Israel aus seinem Land nach Assyrien weggeführt, bis zu diesem Tag. Aber der König von Assyrien ließ Leute aus Babel und aus Kuta, aus Awa, Hamad und Sephawajim kommen, und siedelte sie an Stelle der Kinder Israels in den Städten Samarias an. Und sie nahmen Samaria in Besitz und wohnten in dessen Städten. Und es geschah, als sie zu Anfang ihrer Niederlassung dort den Herrn nicht fürchteten, da sandte der Herr Löwen unter sie, die richteten Verheerungen unter ihnen an. Darum ließen sie dem König von Assyrien sagen, die Völker, die du weggeführt und in den Städten Samarias angesiedelt hast, kennen das Recht des Landes Gottes nicht. Darum hat er Löwen unter sie gesandt. Und siehe, diese töten sie, weil sie das Recht des Landes Gottes nicht kennen. Da befahl der König von Assyrien und sprach, bringt einen der Priester dahin, die ihr von dort weggeführt habt, und sie sollen hinziehen und dort wohnen, und er soll sie das Recht des Landes Gottes lehren. Da kam einer von den Priestern, die sie von Samaria weggeführt hatten, und ließ sich in Bethel nieder und lehrte sie, wie sie den Herrn fürchten sollten. Aber jedes Volk machte sich seine eigenen Götter und stellte sie in die Höhenhäuser, welche die Samariter gemacht hatten, jedes Volk in den Städten, in denen sie wohnten. Die Leute von Babel machten den Sukkot-Benot, und die Leute von Kut machten den Nergal, und die Leute von Hamad machten den Aschima, und die von Ava machten den Nibchas und den Tartak. Aber die von Zephavayim ließen ihre Söhne für den Adramelich und den Anamelich, die Götter von Zephavayim, durchs Feuer gehen. Doch verehrten sie auch den Herrn, und machten aus dem gesamten Volk Leute zu Höhenpriestern, die für sie in den Höhenhäusern opferten. So verehrten sie den Herrn und dienten auch ihren Göttern, nach der Gewohnheit jedes Volkes, von dem sie hergebracht worden waren. Und bis zu diesem Tag machen sie es nach der früheren Weise. Sie fürchten den Herrn nicht. Sie handeln auch nicht nach ihren Satzungen und Ordnungen, noch nach dem Gesetz und Gebot, das der Herr den Kindern Jakobs geboten hat, dem er den Namen Israel gab, mit denen der Herr einen Bund gemacht und ihnen geboten und gesagt hatte, fürchtet keine anderen Götter, betet sie nicht an, dient ihnen nicht und opfert ihnen nicht, sondern den Herrn, der euch mit großer Kraft und ausgestrecktem Arm aus dem Land Ägypten geführt hat, den sollt ihr fürchten, ihn betet an, ihm sollt ihr opfern. Und die Satzungen, Rechte, Gesetze und Gebote, die er euch vorgeschrieben hat, sollt ihr befolgen, daß ihr sie alle Zeit tut, und fürchtet nicht andere Götter. Und vergesst nicht den Bund, den ich mit euch geschlossen habe, und fürchtet nicht andere Götter, sondern fürchtet den Herrn, euren Gott, der wird euch von der Hand aller eurer Feinde erretten. Aber sie gehorchten nicht, sondern handelten nach ihrer früheren Weise. So kam es, daß diese Völker den Herrn verehrten und zugleich ihren Götzen dienten. Auch ihre Kinder und ihre Kindeskinder machten es so, wie es ihre Väter gemacht haben, bis zu diesem Tag. Kapitel 18 Im dritten Jahr Hoseas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Judah. Mit fünfundzwanzig Jahren wurde er König, und er regierte neunundzwanzig Jahre lang in Jerusalem, und der Name seiner Mutter war Abiyah, eine Tochter Zacharias. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, ganz wie es sein Vater David getan hatte. Er schaffte die Höhen ab und zerbrach die Steinmale und hieb die Aschera-Standbilder um und zertrümmerte die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatten die Kinder Israels ihr geräuchert, und man nannte sie Nechushtan. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, so daß unter allen Königen von Judah keiner seinesgleichen war, weder nach ihm noch vor ihm. Er hing dem Herrn an, wich nicht von ihm ab, und befolgte die Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Und der Herr war mit ihm, und überall, wo er hinzog, hatte er gelingen. Er fiel auch ab von dem König von Assyrien und diente ihm nicht. Und er schlug die Philister bis hin nach Gaza und dessen Gebiet, vom Wachtturm bis zu den festen Städten. Es geschah aber im vierten Jahr des Königs Hiskia, das war das siebte Jahr Hoseas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, da zog Salmanasseh, der König von Assyrien, gegen Samaria herauf und belagerte es. Und er eroberte es nach drei Jahren. Im sechsten Jahr Hiskias, das ist das neunte Jahr Hoseas, des Königs von Israel, wurde Samaria eingenommen. Und der König von Assyrien führte Israel nach Assyrien hinweg und siedelte sie in Halach und am Habor, dem Fluß Gosans, und in den Städten der Meda an, weil sie der Stimme des Herrn ihres Gottes nicht gehorcht und seinen Bund gebrochen hatten. Alles, was Mose, der Knecht des Herrn, gebot, sie hatten nicht darauf gehört und es nicht getan. Aber im vierzehnten Jahr des Königs Hiskia zog Sanherib, der König von Assyrien, gegen alle festen Städte Judas herauf und nahm sie ein. Da sandte Hiskia, der König von Judah, boten zum König von Assyrien nach Lachis und ließ ihm sagen, ich habe mich versündigt. Ziehe ab von mir, was du mir auferlegst, das will ich tragen. Da legte der König von Assyrien Hiskia, dem König von Judah, dreihundert Talente Silber und dreißig Talente Gold auf. Und Hiskia gab ihm alles Silber, das sich im Haus des Herrn und in den Schätzen des königlichen Hauses vorfand. Zu jener Zeit ließ Hiskia, der König von Judah, das Gold abschneiden von den Türen an der Tempelhalle des Herrn und von den Pfosten, die er selbst hatte überziehen lassen, und gab es dem König von Assyrien. Und der König von Assyrien sandte den Tartan und den Rapsaris und den Rapschake mit einem großen Heer von Lachis aus zum König Hiskia nach Jerusalem. Und sie zogen herauf, und als sie vor Jerusalem angelangten, hielten sie an der Wasserleitung des oberen Teiches, die an der Straße des Walckerfeldes liegt. Da ging Eliakim zu ihnen hinaus, der Sohn Hilkias, der über den Palast gesetzt war, und Shebna, der Schreiber, und Joach, der Sohn Asafs, der Kanzleischreiber. Und der Rapschake sprach zu ihnen, sag doch dem Hiskia, so spricht der große König, der König von Assyrien, was ist das für eine Stütze, auf die du vertraust? Wenn du sagst, es ist Rat und Macht zum Krieg vorhanden, so ist das leeres Geschwätz. Auf wen vertraust du denn, daß du dich gegen mich aufgelehnt hast? Nun siehe, du vertraust auf jenen geknickten Rohrstab, auf Ägypten, der jedem, der sich darauf stützt, in die Hand fährt und sie durchbohrt. So ist der Pharao, der König von Ägypten, für alle, die auf ihn vertrauen. Wenn ihr mir aber sagen wolltet, wir vertrauen auf den Herrn, unseren Gott. Ist das nicht der, dessen Höhen und Altäre Hiskia beseitigt hat, indem er zu Judah und zu Jerusalem sagte, nur vor diesem Altar hier in Jerusalem sollt ihr anbeten? Laß dich doch jetzt einmal ein mit meinem Herrn, dem König von Assyrien. Ich will dir zweitausend Pferde geben, wenn du die Reiter dazu stellen kannst. Wie wolltest du auch nur einem der geringsten Stadthalter von den Knechten meines Herrn widerstehen? Doch du vertraust ja auf Ägypten wegen der Streitwagen und Reiter. Nun aber bin ich etwa ohne den Herrn gegen diesen Ort heraufgezogen, um ihn zu verderben. Der Herr selbst hat zu mir gesprochen, ziehe hinauf gegen dieses Land und verderbe es. Da sprachen Eliakim, der Sohn Hilkias und Shebna und Joach zu dem Rapschake, rede doch mit deinen Knechten Aramäisch, denn wir verstehen es, und rede nicht Judäisch mit uns vor den Ohren des Volkes, das auf der Mauer ist. Der Rapschake aber antwortete ihnen, hat mich denn mein Herr zu deinem Herrn oder zu dir gesandt, damit ich diese Worte rede, und nicht vielmehr zu den Männern, die auf der Mauer sitzen, um mit euch ihren Kot zu essen und ihren Herrn zu trinken. Und der Rapschake trat vor und rief mit lauter Stimme auf Judäisch, redete und sprach, »Hört das Wort des großen Königs, des Königs von Assyrien.« So spricht der König. »Lasst euch von Hiskia nicht verführen, denn er kann euch nicht aus seiner Hand erretten. Lasst euch von Hiskia auch nicht auf den Herrn vertrösten, wenn er sagt, der Herr wird uns gewiß erretten, und diese Stadt wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien gegeben werden.« »Hört nicht auf Hiskia!« Denn so spricht der König von Assyrien. »Macht Frieden mit mir und kommt zu mir heraus. So soll jedermann von seinem Weinstock und von seinem Feigenbaum essen und das Wasser seines Brunnens trinken, bis ich komme und euch in ein Land führe, das eurem Land gleich ist. Ein Land voll Korn und Most, ein Land voll Brot und Weinbergen, ein Land voll Ölbäumen und Honig. So werdet ihr am Leben bleiben und nicht sterben. Hört nicht auf Hiskia, denn er verführt euch, wenn er sagt, der Herr wird uns erretten.« »Hat etwa irgendeiner von den Göttern der Heidenvölker sein Land aus der Hand des Königs von Assyrien erretten können?« »Wo sind die Götter von Hamad und Arpad? Wo sind die Götter von Sephawajim, Hena und Iwa? Haben sie etwa Samaria aus meiner Hand errettet?« »Wen gibt es unter allen Göttern der Länder, der sein Land aus meiner Hand errettet hätte, daß der Herr Jerusalem aus meiner Hand erretten sollte.« Das Volk aber schwieg still und antwortete ihm nicht ein Wort, denn der König hatte das Gebot erlassen und gesagt, antwortet ihm nichts. Darauf kamen Eliakim, der Sohn Hilkias, der über den Palast gesetzt war, und Schibna, der Schreiber, und Joach, der Sohn Asafs, der Kanzleischreiber, mit zerrissenen Kleidern zu Hiskia und berichteten ihm die Worte des Rapschake. Kapitel 19 »Und es geschah, als der König Hiskia dies hörte, da zerriss er seine Kleider, hüllte sich in Sacktuch und ging in das Haus des Herrn. Und er sandte Eliakim, der über den Palast gesetzt war, und Schibna, den Schreiber, samt den Ältesten der Priester, in Sacktuch gehüllt zu dem Propheten Jesaja, dem Sohn des Amots. Und sie sprachen zu ihm, so spricht Hiskia. Das ist ein Tag der Not und der Züchtigung und ein Tag der Schmach. Denn die Kinder sind bis zum Durchbruch gekommen, aber da ist keine Kraft zum Gebären. Vielleicht wird der Herr, dein Gott, all die Worte des Rapschake hören, den sein Herr, der König von Assyrien, gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen, und wird die Worte bestrafen, die der Herr, dein Gott, gehört hat. So lege doch Fürbitte ein für den Überrest, der noch vorhanden ist.« Als nun die Knechte des Königs Hiskia zu Jesaja kamen, da sprach Jesaja zu ihnen, »So sollt ihr zu eurem Herrn sprechen.« So spricht der Herr. »Fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast, mit denen die Knechte des Königs von Assyrien mich gelästert haben. Siehe, ich will ihm einen Geist eingeben, daß er ein Gerücht hören und wieder in sein Land ziehen wird, und ich will ihn in seinem Land durch das Schwert fällen.« Und als der Rapschake zurückkehrte, fand er den König von Assyrien im Kampf gegen Libna, »denn er hatte gehört, daß er von Lachis abgezogen war.« Da hörte Sanherib von Tirhaka, dem König von Kusch, sagen, »Siehe, er ist ausgezogen, um mit dir zu kämpfen.« Da sandte er nochmals Boten zu Hiskia und sprach, »So sollt ihr zu Hiskia, dem König von Judah, sprechen. Lass dich von deinem Gott, auf den du vertraust, nicht verführen, indem du sprichst, Jerusalem wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien gegeben werden. Siehe, du hast gehört, was die Könige von Assyrien allen Ländern angetan haben, wie sie den Bann an ihnen vollstreckt haben, und du solltest errettet werden. Haben die Götter der Heidenvölker etwa die errettet, welche meine Väter vernichtet haben, nämlich Gosan, Haran, Rezef und die Söhne Edens, die in Telassa waren? Wo ist der König von Hamad und der König von Arpad und der König der Stadt Sephawajim von Hena und Iwa?« Als nun Hiskia den Brief aus der Hand der Boten empfangen und gelesen hatte, ging er hinauf in das Haus des Herrn. Und Hiskia breitete ihn aus vor dem Herrn. Und Hiskia betete vor dem Herrn und sprach, »O Herr, du Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du allein bist Gott über alle Königreiche der Erde. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Herr, neige dein Ohr und höre. Tue deine Augen auf, o Herr, und sieh. Ja, höre die Worte Sanheribs, der hierher gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen.« Es ist wahr, Herr, die Könige von Assyrien haben die Heidenvölker und ihre Länder verwüstet, und sie haben ihre Götter ins Feuer geworfen, denn sie waren keine Götter, sondern Werke von Menschenhand, Holz und Stein, und so konnten sie sie vernichten. »Nun aber, Herr, unser Gott, errette uns doch aus seiner Hand, damit alle Königreiche auf Erden erkennen, daß du, Herr, allein Gott bist.« Da sandte Jesaja, der Sohn des Armots, zu Hiskia und ließ ihm sagen, »So spricht der Herr der Gott Israels. Was du wegen Sanheribs des Königs von Assyrien zu mir gebetet hast, das habe ich gehört.« Dies ist das Wort, das der Herr gegen ihn geredet hat. »Es verachtet dich, es spottet über dich die Jungfrau, die Tochter Zion, die Tochter Jerusalem schüttelt das Haupt über dich. Wen hast du verhöhnt und gelästert? Und gegen wen hast du deine Stimme erhoben und deine Augen stolz emporgerichtet? Gegen den heiligen Israels.« »Du hast durch deine Boten den Herrn verhöhnt und gesagt, mit der Menge meiner Streitwagen bin ich auf die Höhen der Berge gestiegen, auf das äußerste Ende des Libanon, und ich will seine hohen Zedernbäume abhauen und seine Außerlesenen zu pressen und will in seine äußerste Herberge kommen, in den Wald seines Lustgartens. Ich habe fremde Wasser gegraben und ausgetrunken und trockne mit meinen Fußsohlen alle Ströme Ägyptens aus.« »Hast du denn nicht gehört, daß ich dies längst vorbereitet und seit den Tagen der Vorzeit beschlossen habe? Nun aber habe ich es kommen lassen, daß du feste Städte zu öden Steinhaufen verwüstet hast, und ihre Einwohner waren machtlos, sie erschraken und wurden zu Schanden, sie wurden wie das Gras auf dem Feld und wie grünes Kraut, wie Gras auf den Dächern und wie Getreide, das versenkt ist, ehe es aufschießt. Ich weiß um deinen Wohnsitz und um dein Aus- und Einziehen und daß du gegen mich tobst. Weil du denn gegen mich tobst und dein Übermut mir zu Ohren gekommen ist, so will ich dir meinen Ring in die Nase legen und meinen Zaum in dein Maul, und ich will dich auf dem Weg zurückführen, auf dem du gekommen bist. Und das soll dir zum Zeichen sein. In diesem Jahr werdet ihr Brachwuchs essen, und im zweiten Jahr was von selbst wachsen wird. Im dritten Jahr aber sollt ihr säen und ernten und Weinberge pflanzen und deren Früchte essen. Und was vom Haus Judah entkommen und übrig geblieben ist, wird wieder nach unten Wurzeln schlagen und nach oben Frucht tragen. Denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen und Entkommene vom Berg Zion. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Darum, so spricht der Herr über den König von Assyrien, er soll nicht in diese Stadt hineinkommen und keinen Pfeil hineinschießen und mit keinem Schild gegen sie anrücken und keinen Wall gegen sie aufwerfen. Auf dem Weg, auf dem er gekommen ist, soll er wieder zurückkehren, aber in diese Stadt soll er nicht eindringen. Der Herr sagt es. Denn ich will diese Stadt beschirmen, um sie zu erretten um meinetwillen und um meines Knechtes David willen. Und es geschah in derselben Nacht. Da ging der Engel des Herrn aus und erschlug im Lager der Assyrer einhundertfünfundachtzigtausend Mann. Und als man am Morgen früh aufstand, siehe, da waren diese alle tot, lauter Leichen. Da brach Sanherib der König von Assyrien auf und zog fort, und er kehrte heim und blieb in Ninifel. Und es geschah, als er im Haus seines Gottes Nisroch anbetete, da erschlugen ihn seine Söhne Adramalech und Sahetzer mit dem Schwert, und sie entkamen in das Land Ararat. Und sein Sohn Esarhadon wurde König an seiner Stelle. Kapitel 20 In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Da kam der Prophet Jesaja, der Sohn des Amots, zu ihm und sprach zu ihm, »So spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du sollst sterben und nicht am Leben bleiben.« Da wandte er sein Angesicht gegen die Wand und betete zum Herrn und sprach, »Ach, Herr, gedenke doch daran, daß ich in Wahrheit und mit ganzem Herzen vor dir gewandelt bin und getan habe, was gut ist in deinen Augen.« Und Hiskia weinte sehr. Als aber Jesaja noch nicht aus dem mittleren Hof hinausgegangen war, da geschah es, daß das Wort des Herrn folgendermaßen an ihn erging. »Kehre um und sage zu Hiskia, dem Fürsten meines Volkes, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David, ich habe dein Gebet erhört und deine Tränen angesehen. Siehe, ich will dich heilen. Am dritten Tag wirst du in das Haus des Herrn hinaufgehen. Und ich will zu deinen Lebenstagen noch fünfzehn Jahre hinzufügen. Und ich will dich und diese Stadt aus der Hand des Königs von Assyrien erretten. Und ich will diese Stadt beschirmen um meinet Willen und um meines Knechtes David Willen.« Und Jesaja sprach, »Bringt eine Feigenmasse her.« Und als sie eine solche brachten, strichen sie diese als Salbe auf das Geschwür, und er wurde gesund. Hiskia aber sprach zu Jesaja, »Welches ist das Zeichen, daß mich der Herr gesund machen wird und daß ich am dritten Tag in das Haus des Herrn hinaufgehen werde?« Jesaja sprach, »Dies sei dir das Zeichen von dem Herrn, daß der Herr das Wort erfüllen wird, das er gesprochen hat. Soll der Schatten der Sonnenuhr zehn Stufen vorwärts gehen oder zehn Stufen zurückkehren?« Hiskia sprach, »Es ist ein leichtes, daß der Schatten zehn Stufen abwärts geht. Nein, sondern der Schatten soll zehn Stufen zurückgehen.« Da rief der Prophet Jesaja den Herrn an, und er ließ an der Sonnenuhr des Ahas den Schatten, der abwärts gegangen war, zehn Stufen zurückgehen. Zu jener Zeit sandte Berodach Baladan, der Sohn Baladans, der König von Babel, einen Brief und Geschenke an Hiskia, denn er hatte gehört, daß Hiskia krank gewesen war. Hiskia aber schenkte ihnen Gehör und zeigte ihnen sein ganzes Schatzhaus, das Silber und das Gold und die Spezereien und das kostbare Öl und sein ganzes Zeughaus samt allem, was sich in seinen Schatzkammern vorfand. Es gab nichts in seinem Haus und im ganzen Bereich seiner Herrschaft, das Hiskia ihnen nicht gezeigt hätte. Da kam der Prophet Jesaja zum König Hiskia und fragte ihn, »Was haben diese Männer gesagt, und woher sind sie zu dir gekommen?« Und Hiskia antwortete, »Sie sind aus einem fernen Land zu mir gekommen, aus Babel.« Er aber fragte, »Was haben sie in deinem Haus gesehen?« Und Hiskia antwortete, »Sie haben alles gesehen, was in meinem Haus ist. Es gibt nichts in meinen Schatzkammern, was ich ihnen nicht gezeigt hätte.« Da sprach Jesaja zu Hiskia, »Höre das Wort des Herrn. Siehe, es kommt die Zeit, da alles, was in deinem Haus ist und was deine Väter bis zu diesem Tag gesammelt haben, nach Babel weggebracht werden wird. Es wird nichts übrig bleiben,« spricht der Herr. »Und von deinen Söhnen, die von dir abstammen werden, die du zeugen wirst, wird man welche nehmen, und sie werden Kämmerer sein im Palast des Königs von Babel.« Da sprach Hiskia zu Jesaja, »Das Wort des Herrn, das du geredet hast, ist gut.« Denn sprach er, »Es wird ja doch Friede und Sicherheit sein zu meinen Lebzeiten.« Was aber mehr von Hiskia zu sagen ist, und alle seine großen Taten, und wie er den Teich und die Wasserleitung erbaute und das Wasser in die Stadt leitete, ist das nicht aufgezeichnet im Buch der Chronik der Könige von Judah?« Und Hiskia legte sich zu seinen Vätern, und sein Sohn Manasseh wurde König an seiner Stelle. Kapitel 21 Manasseh war zwölf Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 55 Jahre lang in Jerusalem, und der Name seiner Mutter war Hefziba. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach den Gräueln der Heidenvölker, die der Herr vor den Kindern Israels vertrieben hatte. Er baute die Höhen wieder auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte, und er richtete dem Baal Altäre und machte ein Aschera-Standbild, wie es Ahab, der König von Israel, getan hatte. Und er betete das ganze Heer des Himmels an und diente ihnen. Er baute auch Altäre im Haus des Herrn, von dem der Herr gesagt hatte, »In Jerusalem will ich meinen Namen wohnen lassen.« Und er baute dem ganzen Heer des Himmels Altäre in beiden Vorhöfen am Haus des Herrn. Er ließ auch seinen Sohn durchs Feuer gehen und trieb Zeichendeuterei und Zauberei und hielt Geisterbefrager und Wahrsager. Er tat vieles, was böse ist in den Augen des Herrn, um ihn herauszufordern. Er setzte auch das Standbild der Aschera, das er gemacht hatte, in das Haus, von dem der Herr zu David und zu seinem Sohn Salomo gesagt hatte, »In diesem Haus und in Jerusalem, das ich aus allen Stämmen Israels erwählt habe, will ich meinen Namen wohnen lassen ewiglich. Und ich will den Fuß Israels nicht mehr aus dem Land wandern lassen, das ich ihren Vätern gegeben habe, wenn sie nur darauf achten, nach allem zu handeln, was ich ihnen geboten habe. Ja, nach dem ganzen Gesetz, daß mein Knecht Mose ihnen befohlen hat. Aber sie gehorchten nicht, und Manasseh verführte sie, so daß sie Schlimmeres taten als die Heidenvölker, die der Herr vor den Kindern Israels vertilgt hatte. Da redete der Herr durch seine Knechte die Propheten und sprach, »Weil Manasseh, der König von Judah, diese Gräuel verübt hat, die schlimmer sind als alle Gräuel, welche die Amoriter getan haben, die vor ihm gewesen sind, und weil er auch Judah mit seinen Götzen zur Sünde verführt hat. Darum spricht der Herr, der Gott Israels, »Siehe, ich will Unheil über Jerusalem und über Judah bringen, daß jedem, der es hört, beide Ohren gällen sollen. Und ich will über Jerusalem die Messschnur Samarias ausspannen und das Senkblei des Hauses Ahabs. Und ich will Jerusalem auswischen, wie man eine Schüssel auswischt. Wenn man sie ausgewischt hat, dreht man sie um auf ihre Oberseite. Und den Überrest meines Erbteils will ich verwerfen und sie in die Hand ihrer Feinde geben, und sie sollen allen ihren Feinden zum Raub und zur Beute werden, weil sie getan haben, was böse ist in meinen Augen, und mich erzürnt haben, von dem Tag an, als ihre Väter aus Ägypten gezogen sind bis zu diesem Tag.« Auch vergoß Manasseh sehr viel unschuldiges Blut, so daß er Jerusalem damit erfüllte, von einem Ende bis zum anderen, abgesehen von seiner Sünde, zu der er Judah verführt hatte, so daß sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Was aber mehr von Manasseh zu sagen ist und alles, was er getan hat, und seine Sünde, die er tat, ist das nicht aufgezeichnet im Buch der Chronik der Könige von Judah? Und Manasseh legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben im Garten seines Hauses, im Garten Ussas, und sein Sohn Amon wurde König an seiner Stelle. Amon war 22 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte zwei Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Mesulemet, eine Tochter des Haruts von Jodba. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, wie es sein Vater Manasseh getan hatte. Und er wandelte ganz auf dem Weg, den sein Vater gewandelt war, und diente den Götzen, denen sein Vater gedient hatte, und betete sie an. Und er verließ den Herrn, den Gott seiner Väter, und wandelte nicht im Weg des Herrn. Und die Knechte Amons machten eine Verschwörung gegen ihn und töteten den König in seinem Haus. Aber das Volk des Landes erschlug alle, die sich gegen den König Amon verschworen hatten, und das Volk des Landes machte seinen Sohn Josia zum König an seiner Stelle. Was aber mehr von Amon zu sagen ist und was er getan hat, ist das nicht aufgezeichnet im Buch der Chronik der Könige von Judah? Und er wurde begraben in seiner Grabstätte im Garten Ussas, und sein Sohn Josia wurde König an seiner Stelle. Kapitel 22 Josia war acht Jahre alt, als er König wurde, und er regierte einunddreißig Jahre lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Jedida, eine Tochter Adaias von Bozkath. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, und wandelte in allen Wegen seines Vaters David, und wich nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Und im achtzehnten Jahr der Regierung des Königs Josia sandte der König den Schafan, den Sohn Adzaljas, des Sohnes Mischulams, den Schreiber, in das Haus des Herrn und sprach, »Geh hinauf zu Hilkia, dem hohen Priester. Er soll das Geld bereitstellen, das zum Haus des Herrn gebracht worden ist, das die Hüter der Schwelle vom Volk gesammelt haben, damit man es den Werkmeistern gebe, die am Haus des Herrn die Arbeit beaufsichtigen. Diese sollen es den Arbeitern am Haus des Herrn geben, damit sie die Schäden am Haus ausbessern, nämlich den Handwerkern und Bauleuten und den Maurern, um Holz und behaune Steine für die Ausbesserung des Hauses zu kaufen. Doch soll man nicht abrechnen mit ihnen wegen des Geldes, das ihnen in die Hand gegeben wird, denn sie handeln treu. Und Hilkia, der hohe Priester, sprach zu Schafan, dem Schreiber, »Ich habe das Buch des Gesetzes im Haus des Herrn gefunden.« Und Hilkia übergab Schafan das Buch, und er las es. Und Schafan, der Schreiber, kam zum König und brachte dem König Bericht und sprach, »Deine Knechte haben das Geld ausgeschüttet, das im Haus vorhanden war, und haben es den Werkmeistern gegeben, die am Haus des Herrn die Arbeit beaufsichtigen.« Dann berichtete Schafan der Schreiber dem König und sprach, »Der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben.« Und Schafan las es vor dem König. Und es geschah, als der König die Worte des Buches des Gesetzes hörte, da zerriß er seine Kleider. Und der König gebot dem Priester Hilkia und Achikam, dem Sohn Schafans, und Achbor, dem Sohn Michaias, und Schafan, dem Schreiber, und Asaja, dem Knecht des Königs, und sprach, »Geht hin und befrag den Herrn für mich und das Volk und für ganz Judah, wegen der Worte dieses Buches, das gefunden worden ist. Denn groß ist der Zorn des Herrn, der gegen uns entbrannt ist, weil unsere Väter nicht auf die Worte dieses Buches gehört haben, daß sie alles getan hätten, was uns darin vorgeschrieben ist.« Da gingen der Priester Hilkia und Achikam, Achbor, Schafan und Asaja zu der Prophetin Hulda, der Frau Schalums, des Sohnes Tikwas, des Sohnes Harchas, des Hüters der Kleider. Sie wohnte aber in Jerusalem im zweiten Stadtteil, und sie redeten mit ihr. Sie aber sprach zu ihnen, »So spricht der Herr, der Gott Israels. Sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat. So spricht der Herr. Siehe, ich will Unheil bringen über diesen Ort und über seine Einwohner, nämlich alle Worte des Buches, das der König von Judah gelesen hat, weil sie mich verlassen und anderen Göttern geräuchert haben, um mich herauszufordern mit allen Werken ihrer Hände. Deshalb wird mein Zorn gegen diesen Ort entbrennen und nicht ausgelöscht werden.« Zu dem König von Judah aber, der euch gesandt hat, um den Herrn zu befragen, sollt ihr so reden. So spricht der Herr, der Gott Israels. Was die Worte betrifft, die du gehört hast, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor dem Herrn gedemütigt hast, als du hörtest, was ich gegen diesen Ort und seine Einwohner geredet habe, dass sie zum Entsetzen und zum Fluch werden sollen. Und weil du deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast, so habe auch ich darauf gehört, spricht der Herr. »Darum sehe, ich will dich zu deinen Vätern versammeln, daß du in Frieden in dein Grab gebracht wirst und deine Augen all das Unheil nicht sehen müssen, das ich über diesen Ort bringen will.« Und sie brachten dem König diese Antwort. Kapitel 23 Da sandte der König hin und ließ alle Ältesten von Judah und Jerusalem zu sich versammeln. Und der König ging hinauf in das Haus des Herrn, und alle Männer von Judah und alle Einwohner von Jerusalem mit ihm, auch die Priester und Propheten und das ganze Volk, klein und groß. Und man las vor ihren Ohren alle Worte des Buches des Bundes, das im Haus des Herrn gefunden worden war. Der König aber trat auf das Podium und machte einen Bund vor dem Herrn, daß sie dem Herrn nachwandeln und seine Gebote, seine Zeugnisse und seine Satzungen befolgen sollten, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, um die Worte dieses Buches auszuführen, die in diesem Buch geschrieben standen, und das ganze Volk trat in den Bund. Und der König gebot dem hohen Priester Hilkiah und den Priestern der zweiten Ordnung und den Hütern der Schwelle, daß sie aus der Tempelhalle des Herrn alle Geräte entfernen sollten, die man dem Baal und der Aschara und dem ganzen Heer des Himmels gemacht hatte. Und er verbrannte sie draußen vor Jerusalem auf den Feldern des Tales Kidron und brachte ihren Staub nach Bethel. Und er beseitigte die Götzenpriester, die die Könige von Judah eingesetzt hatten, und die auf den Höhen in den Städten Judas und um Jerusalem her räucherten, auch die, welche dem Baal, der Sonne und dem Mond und den Sternbildern und dem ganzen Heer des Himmels räucherten. Er ließ auch das Aschara-Standbild aus dem Haus des Herrn hinausbringen, außerhalb von Jerusalem, ins Tal Kidron. Und er verbrannte es im Tal Kidron und zermalmte es zu Staub und warf seinen Staub auf die Gräber des gewöhnlichen Volkes. Und er brach die Häuser der Tempelhurer ab, die am Haus des Herrn waren, in denen die Frauen für die Aschara-Zelttempel wirkten. Auch ließ er alle Priester aus den Städten Judas kommen und verunreinigte die Höhen, wo die Priester geräuchert hatten, von Geba an bis nach Beersheba. Und er brach die Höhen der Tore ab, die am Eingang des Tores Josuas des Stadtobersten waren und die am Stadttor zu Linken jedes Eintretenden waren. Doch durften die Höhenpriester nicht auf dem Altar des Herrn in Jerusalem opfern, dagegen aßen sie von dem ungesäuerten Brot unter ihren Brüdern. Er verunreinigte auch das Tophet im Tal der Söhne Hinnom, damit niemand mehr seinen Sohn oder seine Tochter dem Moloch durchs Feuer gehen ließe. Und er schaffte die Rosse ab, die die Könige von Judah der Sonne geweiht hatten, beim Eingang des Hauses des Herrn, bei der Kammer Netan-Melechs des Kämmerers, die im Anbau war. Und die Wagen der Sonne verbrannte er mit Feuer. Der König brach auch die Altäre auf dem Dach bei dem Obergemacht des Ahas ab, welche die Könige von Judah gemacht hatten. Ebenso die Altäre, die Manasse in den beiden Vorhöfen des Hauses des Herrn gemacht hatte. Er schaffte sie fort und warf ihren Staub ins Tal Kidron. Und der König verunreinigte die Höhen, die östlich von Jerusalem, zur Rechten am Berg des Verderbens waren, die Salomo, der König von Israel, der Astarte, dem Gräuel der Zidonia, gebaut hatte, und Chemosh, dem Gräuel der Moabiter, und Milkom, dem Gräuel der Ammoniter. Und er zerbrach die Gedenksteine und hieb die Aschera-Standbilder um und füllte ihren Platz mit Menschengebeinen. Ebenso auch den Altar von Bethel und die Höhe, die Jerobeam erbaut hatte, der Sohn Nebatz, der Israel zur Sünde verführte. Auch diesen Altar und die Höhe brach er ab. Und er verbrannte die Höhe und zermalmte sie zu Staub und verbrannte das Aschera-Standbild. Und Josia sah sich um und erblickte die Gräber, die dort auf dem Berg waren, und sandte hin und ließ die Gebeine aus den Gräbern nehmen und verbrannte sie auf dem Altar und verunreinigte ihn. Nach dem Wort des Herrn, das der Mann Gottes verkündigt hatte, als er dies ausrief. Und er sprach, Was ist das für ein Grabmal, das ich hier sehe? Da sprachen die Leute der Stadt zu ihm, Es ist das Grab des Mannes Gottes, der von Judah kam, und diese Dinge, die du getan hast, gegen den Altar von Bethel ankündigte. Da sprach er, So laßt ihn liegen, niemand rühre seine Gebeine an. So blieben seine Gebeine erhalten, samt den Gebeinen des Propheten, der von Samaria gekommen war. Josia beseitigte auch alle Höhenhäuser in den Städten Samarias, welche die Könige von Israel gemacht hatten, um den Herrn zu erzürnen, und verfuhr mit ihnen ganz so, wie er es in Bethel getan hatte. Und er schlachtete alle Höhenpriester, die dort waren, auf den Altären, und er verbrannte Menschengebeine darauf und kehrte dann nach Jerusalem zurück. Dann gebot der König dem ganzen Volk und sprach, Feiert dem Herrn, eurem Gott, das Passa, wie es in diesem Buch des Bundes geschrieben steht. Fürwahr, kein solches Passa war gehalten worden seit der Zeit der Richter, die Israel gerichtet hatten, und während der ganzen Zeit der Könige von Israel und der Könige von Judah. Doch im achtzehnten Jahr des Königs Josia ist dieses Passa dem Herrn in Jerusalem gefeiert worden. Auch die Geisterbefrager und die Wahrsager, die Terafim und Götzen und alle Gräuel, die im Land Judah und in Jerusalem gesehen wurden, rottete Josia aus, um die Worte des Gesetzes zu vollstrecken, die geschrieben standen in dem Buch, das der Priester Hilkiah im Haus des Herrn gefunden hatte. Und seinesgleichen ist vor ihm kein König gewesen, der sich so von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit allen seinen Kräften dem Herrn zuwandte, ganz nach dem Gesetz Moses. Auch nach ihm ist keiner seinesgleichen aufgestanden. Doch wandte sich der Herr nicht ab von der Glut seines großen Zornes, womit er über Judah erzürnt war, um aller Herausforderungen Willen, mit denen Manasse ihn herausgefordert hatte. Denn der Herr sprach, ich will auch Judah von meinem Angesicht hinwegtun, wie ich Israel hinweggetan habe, und ich will diese Stadt Jerusalem, die ich erwählt hatte, verwerfen, und auch das Haus, von dem ich gesagt habe, mein Name soll dort sein. Was aber mehr von Josia zu sagen ist und alles, was er getan hat, ist das nicht geschrieben im Buch der Chronik der Könige von Judah? In seinen Tagen zog der Pharao Necho, der König von Ägypten, herauf gegen den König von Assyrien an den Euphratstrom, und der König Josia zog ihm entgegen, aber der Pharao tötete ihn bei Megiddo, sobald er ihn gesehen hatte. Und seine Knechte führten ihn tot von Megiddo weg und brachten ihn nach Jerusalem, und sie begruben ihn in seinem Grab. Dann nahm das Volk des Landes Joachas den Sohn Josias, und sie salbten ihn und machten ihn zum König anstelle seines Vaters. Joachas war 23 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte drei Monate lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Hamuthal, sie war die Tochter Jeremias von Libna. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, ganz wie es seine Väter getan hatten. Aber der Pharao Necho setzte ihn gefangen in Ribla im Land Hamad, so daß er nicht mehr König war in Jerusalem. Und er legte dem Land eine Geldbuße von einhundert Talenten Silber und einem Talent Gold auf. Und der Pharao Necho machte Eliakim, den Sohn Josias, zum König anstelle seines Vaters Josia, und er änderte seinen Namen in Jehoiakim. Aber den Joachas nahm er und brachte ihn nach Ägypten, wo er starb. Und Jehoiakim gab das Silber und das Gold dem Pharao. Doch schätzte er das Land ein, um das Silber nach dem Befehl des Pharao geben zu können. Von dem Volk des Landes, von jedem nach seiner Schätzung, trieb er Silber und Gold ein, um es dem Pharao Necho zu geben. Jehoiakim war fünfundzwanzig Jahre alt, als er König wurde, und er regierte elf Jahre lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Sebudda, die Tochter Pedaias von Ruma. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, ganz wie es seine Väter getan hatten. Kapitel 24 In seinen Tagen zog Nebukadnezar, der König von Babel, herauf. Und Jehoiakim wurde ihm drei Jahre lang untertan. Danach fiel er wieder von ihm ab. Da sandte der Herr Truppen gegen ihn aus Chaldea, aus Aram, aus Moab und von den Ammonitern. Die sandte er gegen Judah, um es zugrunde zu richten, nach dem Wort des Herrn, daß er durch seine Knechte, die Propheten, geredet hatte. Fürwahr, nach dem Wort des Herrn kam das über Judah, damit er sie von seinem Angesicht hinweg täte, um der Sünden Manasses willen, für all das, was er getan hatte. Und auch um des unschuldigen Bluteswillen, das er vergossen hatte, als er Jerusalem mit unschuldigem Blut erfüllt hatte. Darum wollte der Herr nicht vergeben. Was aber mehr von Jehoiakim zu sagen ist und alles, was er getan hat, ist das nicht geschrieben im Buch der Chronik der Könige von Judah? Und Jehoiakim legte sich zu seinen Vätern, und Jehoiachin, sein Sohn, wurde König an seiner Stelle. Aber der König von Ägypten zog nicht mehr aus seinem Land, denn der König von Babel hatte alles eingenommen, was dem König von Ägypten gehörte, vom Bach Ägyptens bis an den Euphratstrom. Jehoiakim war achtzehn Jahre alt, als er König wurde, und er regierte drei Monate lang in Jerusalem, und der Name seiner Mutter war Nehusta, die Tochter El-Nathans von Jerusalem. Er tat aber, was böse war in den Augen des Herrn, ganz wie es sein Vater getan hatte. Zu jener Zeit zogen die Knechte Nebukadnezars des Königs von Babel nach Jerusalem herauf, und die Stadt wurde belagert. Und Nebukadnezar, der König von Babel, kam zu der Stadt, und seine Knechte belagerten sie. Aber Jehoiachin, der König von Judah, ging zu dem König von Babel hinaus, er samt seiner Mutter, seinen Knechten, seinen Obersten und seinen Kämmerern. Und der König von Babel nahm ihn gefangen im achten Jahr seiner Regierung. Und er ließ von dort alle Schätze im Haus des Herrn und die Schätze im königlichen Haus wegbringen. Und er ließ alle goldenen Geräte in der Tempelhalle des Herrn zerschlagen, die Salomo, der König von Israel, gemacht hatte, wie der Herr es gesagt hatte. Und er führte ganz Jerusalem gefangen hinweg, nämlich alle obersten und alle kriegstüchtigen Männer, zehntausend Gefangene, auch alle Handwerker und alle Schlosser, und ließ nichts übrig als das geringe Volk des Landes. So führte er Jehoiachin nach Babel hinweg, auch die Mutter des Königs und die Frauen des Königs und seine Kämmerer. Dazu führte er die Mächtigen des Landes, von Jerusalem, gefangen nach Babel. Auch alle Kriegsleute, siebentausend, dazu die Handwerker und die Schlosser, im ganzen eintausend, alles kriegstüchtige Männer. Und der König von Babel brachte sie gefangen nach Babel. Und der König von Babel machte Matanja, Jehoiachins Onkel, zum König an seiner Stelle und änderte seinen Namen in Zedekiah. Zedekiah war einundzwanzig Jahre alt, als er König wurde, und er regierte elf Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Hamuthal, sie war die Tochter Jeremias von Libna. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, ganz wie es Jehoiachin getan hatte. Denn wegen des Zornes des Herrn kam es so weit mit Jerusalem und Judah, bis er sie von seinem Angesicht verwarf. Und Zedekiah fiel ab von dem König von Babel. Kapitel 25 Und es geschah im neunten Jahr seiner Königsherrschaft am zehnten Tag des zehnten Monats. Da kam Nebukadnezar, der König von Babel, und sein ganzes Heer gegen Jerusalem und belagerte die Stadt. Und sie bauten Belagerungstürme rings um sie her. Und die Stadt wurde belagert bis ins elfte Jahr des Königs Zedekiah. Am neunten Tag des vierten Monats aber wurde die Hungersnot in der Stadt so stark, daß das einfache Volk nichts zu essen hatte. Da brach der Feind in die Stadt ein, und alle Kriegsleute flohen bei Nacht durch das Tor zwischen den beiden Mauern beim Garten des Königs. Und da die Chaldea rings um die Stadt herlagen, zog man den Weg zur Arawa. Aber das Heer der Chaldea jagte dem König nach und holte ihn ein auf den Ebenen von Jericho, nachdem sein ganzes Heer sich von ihm zerstreut hatte. Sie aber fingen den König und führten ihn hinauf zum König von Babel nach Ribla, und man sprach das Urteil über ihn. Und sie metzelten die Söhne Zedekias vor dessen Augen nieder. Danach stachen sie Zedekia die Augen aus und banden ihn mit zwei ehrenen Ketten und führten ihn nach Babel. Und am siebten Tag des fünften Monats, das ist das neunzehnte Jahr Nebukadnezars des Königs von Babel, kam Nebusaradan, der oberste der Leibwache, der Diener des Königs von Babel, nach Jerusalem. Und er verbrannte das Haus des Herrn und das Haus des Königs und alle Häuser von Jerusalem, ja, alle großen Häuser, verbrannte er mit Feuer. Und das ganze Heer der Chaldea, das bei dem obersten der Leibwache war, riß die Mauern von Jerusalem ringsum nieder. Den Überrest des Volkes aber, der in der Stadt noch übrig geblieben war, und die Überläufer, die zum König von Babel übergegangen waren, und den Überrest der Menge führte Nebusaradan, der oberste der Leibwache, hinweg. Den Überrest des Volkes aber, der in der Stadt noch übrig geblieben war, und die Überläufer, die zum König von Babel übergegangen waren, und den Überrest der Menge führte Nebusaradan, der oberste der Leibwache, hinweg. Doch von den geringsten im Land ließ der oberste der Leibwache Weingärtner und Ackerleute zurück. Aber die ehernen Säulen am Haus des Herrn und die Gestelle und das eherne Wasserbecken, das im Haus des Herrn war, zerbrachen die Chaldea und brachten das Erz nach Babel. Auch die Töpfe, Schaufeln, Messer, Schalen, und alle ehernen Geräte, womit man den Dienst verrichtete, nahmen sie weg. Dazu nahm der oberste der Leibwache die Räucherpfannen und Sprengschalen, alles, was aus Gold und alles, was aus Silber war. Die beiden Säulen, das eine Wasserbecken und die Gestelle, die Salomo für das Haus des Herrn gemacht hatte, das Erz aller dieser Geräte konnte nicht gewogen werden. Die eine Säule war achtzehn Ellen hoch, und es war auf ihr ein Kapitel aus Erz drei Ellen hoch, und um das Kapitel ein Geflecht und Granatäpfel, alles aus Erz. Eben solche Granatäpfel hatte auch die andere Säule um das Geflecht. Und der oberste der Leibwache nahm Seraya, den Oberpriester, und Zephania, den zweiten Priester, und die drei Hüter der Schwelle. Er nahm auch einen Kämmerer aus der Stadt, der über die Kriegsleute gesetzt war, und fünf Männer, die stets vor dem König waren, die in der Stadt gefunden wurden, und den Schreiber des Heerführers, der das einfache Volk für das Heer aushob, und sechzig Männer aus dem einfachen Volk, die in der Stadt gefunden wurden. Diese nahm Nebusaradan, der oberste der Leibwache, und brachte sie zum König von Babel nach Ribla. Und der König von Babel ließ sie hinrichten in Ribla im Land Hamad. So wurde Judah aus seinem Land gefangen hinweggeführt. Über das Volk aber, das im Land Judah blieb, das Nebukadnezar, der König von Babel, übrig gelassen hatte, setzte er Gedalja, den Sohn Ahikams, des Sohnes Schafans. Als nun alle Obersten des Heeres und ihre Leute hörten, daß der König von Babel den Gedalja eingesetzt hatte, kamen sie zu Gedalja nach Mizpah, nämlich Ismail, der Sohn Netanyas, und Johannan, der Sohn Kariachs, und Seraia, der Sohn Tanchumetz, des Netophatitas, und Jaasanja, der Sohn des Maachatitas, samt ihren Männern. Und Gedalja schwor ihnen und ihren Männern und sprach zu ihnen, »Fürchtet euch nicht vor den Knechten der Chaldea. Bleibt im Land und seid dem König von Babel untertan, so wird es euch gut gehen.« Es geschah aber im siebten Monat, da kam Ismail, der Sohn Netanyas, des Sohnes Elishamas, von königlichem Geschlecht, und zehn Männer mit ihm, und sie schlugen Gedalja tot, dazu die Juden und die Chaldea, die in Mizpah bei ihm waren. Da machte sich das ganze Volk, klein und groß, mit den Heerführern auf, und sie zogen nach Ägypten, denn sie fürchteten sich vor den Chaldean. Und es geschah im siebenunddreißigsten Jahr, nachdem Jehoiachin, der König von Juda, gefangen hinweggeführt worden war, am siebenundzwanzigsten Tag des zwölften Monats, da ahob Ebil Merodach, der König von Babel, im ersten Jahr seiner Regierung das Hauptjehoiachins des Königs von Juda und entließ ihn aus dem Kerker. Und er redete freundlich mit ihm und setzte seinen Thron über die Throne der Könige, die bei ihm in Babel waren, und er erlaubte ihm, seine Gefängniskleider abzulegen, und er durfte stets vor ihm essen, sein ganzes Leben lang. Und sein Unterhalt, der beständige Unterhalt, wurde ihm vom König gegeben, für jeden Tag sein bestimmtes Teil, für alle Tage seines Lebens.